Martha trat dicht an den Professor heran, so dicht, dass es ihm, wie sie hoffte, unangenehm war. »Erzählen Sie mir von diesen Besuchen in der Notaufnahme. Vor zwanzig Jahren und davor«, sagte sie leise, indem sie jedes Wort betonte, »wenn Sie Tessa zu Ihrem Freund und Nachbarn brachten.« Gibson nickte. »Ja, die Besuche in der Notaufnahme.« »Was noch?« Er klang wie ein Kellner, der die Bestellung aufnimmt. »Father Ryan«, fuhr Martha fort, »hat mir erzählt, er habe in der Nacht, in der Tessa verschwunden ist, eine bestimmte Rolle gespielt. Was für eine Rolle?« Um Gibson's Mundwinkel huschte ein scheues Lächeln. »Das hat er gesagt«, stand ihm eigentlich nicht zu. »Nur bei der gute Vater ist im Grunde seines Herzens eine ehrliche Haut und in eine Situation geraten, die ihn zwingt, fortwährend und im großen Stil zu lügen. Diese Lügen über Jahre aufrechtzuerhalten, das ist nicht leicht.« »Möglicherweise würden ein paar Messdiener ihrer Einschätzung, was Father Ryans Ehrlichkeit betrifft, heftig widersprechen«, gab Martha scharf zurück. Der Professor zuckte mit den Achseln. »Das ist ein Argument, aber darüber maße ich mir kein Urteil an. Andere Faktoren eine andere Gleichung. Trotzdem interessant. Der gute Vater ist in einer Hinsicht stark, in einer anderen schwach. Der Wille ist stark, das Fleisch ist schwach. Faszinierend.« Bevor Martha etwas erwidern konnte, fragte Gabe. »Weshalb haben sich die Listers umgebracht? Haben Sie vor Ihrem Selbstmord noch einmal mit Ihnen gesprochen?« Dem Professor verflog das Lächeln. »Er war ein sehr guter Freund. Vielleicht der Beste, den ich je hatte und den ich mir nur wünschen konnte. Wir sind immer zusammen joggen gegangen, meilenweit, und wir haben endlose Gespräche geführt. »Wissen Sie, wie vielen Menschen er das Leben gerettet hat, Detective? Hunderten? Vielleicht Tausenden? Auf jeden Fall hat er es mir gerettet. Meinen Sie nicht, dass er, wenn er sein eigenes Leben nicht retten konnte, das Recht hat, den Grund dafür mit ins Grab zu nehmen?« »Haben Sie mit ihm gesprochen, bevor ihm seine Frau die Kugel in den Kopf geschossen hat? Ein einfaches Ja oder Nein, Professor?« Er hoffte, Gibson mit einer unzweideutigen Frage zu einer weniger ausweichenden Antwort zu bewegen. Von dem Anruf wusste er bereits. Er wollte es nur aus dem Mund des Professors hören. Professor Gibson schürzte die Lippen. Dann erwiderte er, »Antworten sind selten so simpel, Detective. Aber fangen wir mit einem Ja an.« »Es war das erste Mal seit Jahren, dass wir miteinander gesprochen haben. Ein paar Minuten, nicht länger. Wir kamen überein, uns eines Tages an einem besseren Ort wiederzusehen, auch wenn wir uns beide keine großen Chancen ausrechneten. Keiner von uns verfügt über den Glauben von Father Ryan. Oder auch meiner Frau.« Und dann war er plötzlich tot. »Was für eine Straftat hat er begangen, Professor?« »Er hat das Verbrechen begangen, ein Freund zu sein.« Martha rückte ihm noch dichter auf den Leib. Ihr Gesicht war nur noch Zentimeter von seinem entfernt. Die beiden Detektives trieben den Chemie-Professor, der immer noch an seiner Wagentür lehnte und nicht ausweichen konnte, weiter in die Enge. »Das ist keine Antwort.« Der Professor griff zur Gegenwehr. »Sie erwarten von mir, dass ich ihn schuldig spreche? Glauben Sie wirklich, ich hätte ein Interesse daran, Ihnen Ihre Arbeit leichter zu machen? Von mir hören Sie kein kritisches Wort über meinen Freund.« Gibson blickte auf und blickte an Gabe und Martha vorbei auf die Eingangsseite des Gehöfts seiner geschiedenen Frau. Martha und Gabe folgten seinem Blick und sahen, wie er, dass N. Gibson vor der Haustür stand und sie beobachtete. Sie stand so still wie eine Statue. Gabe hatte das Gefühl, dass sie den Professor und sie beide wie ein wütendes Gespenst beäugte. Den Professor schien das nicht anzufechten. »Ist schon eine seltsame Sache mit der Liebe, nicht wahr, Detective? Sie verleitet uns Dinge zu tun, die unsere Kräfte überfordern.« Er zeigte auf die Einfahrt und den Fußweg zum Haus. »Ich habe mal von einer Frau gelesen, die sah, wie ihr Kind unter einem Wagen eingeklemmt war. Sie hat ohne Hilfe das Auto angehoben und die Beine ihres Sohnes befreit. Unvorstellbar, welche Kräfte der Mensch in einer Notsituation entwickelt. Jeder wissenschaftlichen Erklärung zum Trotz. Die Frau da drüben, die hatte auch eine solche Stärke. Sie war meine erste Liebe. Das heißt etwas. Ich habe sie einmal hingebungsvoll geliebt. Tue ich wahrscheinlich immer noch gegen jede bessere Einsicht. Aber es ist mir immer wichtig gewesen, auf sie aufzupassen. Auch nach unserer Trennung. Kein leichtes Unterfangen.« Sie sahen, wie sich Anne Gibson umdrehte und in ihrem Haus verschwand. Martha glaubte sie, wenig später hinter einem der großen Fenster zu sehen, aber sie war sich nicht sicher. Ein vager Schatten, der über eine Wand huschte. Gabe drehte sich wieder zum Professor um. Seine nächste Frage stellte er in absichtlich frostigem Ton. »Aber es gab noch jemanden, den sie liebten, nicht wahr?« Mit einem wütenden Blick fuhr der Professor zu ihm herum. »Natürlich. Tessa war wunderbar. Sie bedeutete mir alles. Sie war die Quelle der Hoffnung, der Zuversicht in meinem Leben.« »Alles? Sie hat Ihnen alles bedeutet?« »Mehr als alles andere auf der Welt.« Der Professor schwieg einen Moment und rote Tiefluft. »Auch meiner Frau.« Wieder zögerte er. »Nur, dass sich ihre Liebe in eine völlig andere Richtung entwickelte. Ich weiß nicht, wie und warum es dazu kommen konnte und wann es anfing. Ich habe dir Jahre in Gedanken tausendmal Revue passieren lassen, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Aber vergeblich. Jedenfalls habe ich keine verlässliche Erklärung gefunden. Dabei war das, was sich da abspielte, real. Mit Händen zu greifen. Eine obsessive Bindung. Eine Liebe, die sich unaufhaltsam in ihr Gegenteil verkehrte. Eine Liebe, gegen die sie machtlos zu sein schien. Ebenso wie ich. Mit einem Ruck wandte er sich zu Marta um. Sie haben mich nach diesen Besuchen in der Notaufnahme gefragt? Nun, die Antwort lautet, dass uns jede Fahrt dorthin dem Tode näher brachte. Sein Blick wechselte von Marta zu Gabe und zurück. »Bei der Polizei denken sie wahrscheinlich häusliche Gewalt, die in Mord eskaliert, kommt aus heiterem Himmel«, sagte er mit kaum verhohlener Wut. »Eine plötzliche Eingebung, eine Laune des Augenblicks, vielleicht ein außer Kontrolle geratener Streit unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, ein Schuss, Peng, und alles ist gesagt.« Aber so hat es sich nicht in meinem Haus abgespielt. Wir sahen uns über einen langen Zeitraum einer schwelenden Gefahr ausgesetzt. Es war ein täglicher Kampf, der immer wieder von vorn begann, und es war kein Ende in Sicht. Es hatte Jahre gewährt. Aber irgendwann kam der Tag, an dem ich wusste, dass es bald tödlich enden würde, wenn ich nichts unternahm. So eine Ausführungen klangen nicht nach einem Geständnis, sondern nach einer Rechtfertigung. »Ich sah es kommen, Tom Lister sah es kommen, Father Ryan sah es kommen.« »Und so«, fing Gabe an. Gibson schüttelte den Kopf. »Ich war zwischen den beiden Menschen, die ich mehr als alles andere liebte, hin- und hergerissen. Die einzigen beiden Menschen, die ich je wirklich geliebt habe.« Der Professor ließ langsam die Luft entweichen, erschien angestrengt nachzudenken, bevor er hinzufügte. »Ich bin Experte für Arsenic Detectives.« »Das ist eine faszinierende, höchstkomplexe Substanz.« »Diasen-Trioxid.« »AS2O3.« Damit fängt es an. In dieser Zusammensetzung ist es unschädlich, weit verbreitet. Es findet viele positive Anwendungen. Die Chinesen heilen damit in ihrer traditionellen Medizin alle möglichen Krankheiten. Schon bemerkenswert. Wenn sie es verarbeiten, verändert es seine chemische Zusammensetzung und kann flüchtig werden. In dem Moment wird es äußerst toxisch und führt leicht zum Tod.« Er sah die beiden Ermittler an. »Die Krankheit, unter der meine Frau leidet, ist nur sehr schwer, nach Ansicht mancher Experten, überhaupt nicht zu heilen. Sicher mit Antipsychotika und Antidepressiva kann man gewisse Erfolge erzielen. Das Problem ist nur, dass der Patient, so wie bei vielen narzisstischen Störungen, letztlich weder bereit noch in der Lage ist, sich einzugestehen, was mit ihm nicht stimmt und wozu er fähig ist. Und deshalb erweist er sich gegen die meisten Therapien, die uns zur Verfügung stehen, als resistent. Es wird, um es einmal so auszudrücken, eine existenzielle Krankheit daraus.« Gibson blickte erneut zum Haus, als wache er über die Schatten darin. »Aber in unserem Fall ging es nicht nur um eine existenzielle Krankheit meiner Frau, sondern ganz entscheidend darum, was mit meiner Tochter passieren würde. Es war abzusehen. Jemand würde sterben.« Er schüttelte den Kopf, fragte sich nur, wann und wie. »Und wer? Tessa oder Anne oder ich?« »Mord lag in der Luft. Es war die reinste Folter für uns alle. Wir liefen sehenden Auges in unser Verderben. In dieser schrecklichen Situation war es an mir, einen Ausweg zu finden.« Er schwieg und fügte schließlich hinzu. »Ausschließlich an mir.« In seinen Worten schwang eine unsägliche Traurigkeit mit. »Schon interessant, nicht wahr?« »Eine so zugespitzte Situation, dass es buchstäblich um Leben oder Tod geht.« Klingt romantisch oder poetisch, bis man sich selbst damit konfrontiert sieht. »Ich weiß, wovon Sie sprechen,« sagte Gabe ruhig. »Und Detective Rodriguez Johnson auch.« »Ich bin Wissenschaftler. Ich denke auch wie einer. Ich weiß, das hat eine gewisse Arroganz. Gibt es eine Frage, die sich nicht durch Forschung, Studien und durch den richtigen Einsatz des Verstandes lösen lässt?« Damals dachte ich, nein. Nun, ich habe mich geirrt. Als ich Anne kennenlernte und dann heiratete, wusste ich, dass sie schon zweimal in der Heilanstalt gewesen war. Doch ich habe mich von meinem intellektuellen Optimismus blenden lassen. Und als Tessa dann zur Welt kam, dachte ich, oh, die Liebe wird sie heilen. Aber auch damit lag ich falsch. »Und so haben Sie,« sagte Gabe, »einen anderen Weg gewählt?« »Selbstverständlich,« erwiderte der Professor. Und in meiner Situation wurde mir eines unabweislich klar. Es würde nie aufhören, egal wie sehr sie dagegen ankämpfte. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, welche Synapsen im Gehirn dafür verantwortlich sind und von welchem Quadranten im präfrontalen Kortex die entsprechenden Emotionen kontrolliert werden, die eine solche Obsession auslösen. Aber was es anrichtete, hatte ich tagtäglich vor Augen. Es stammt das Leben der Menschen auf dem Spiel, die ich liebte. Was konnte ich also tun? Ich musste einschreiten. Und so entschloss ich mich zu einem geringeren Verbrechen, um ein Größeres zu verhindern. Nur, dass ich auch in diesem Punkt mit meinem Urteil falsch lag, weil es irgendwann zu einem größeren Verbrechen eskalierte. Dafür entschuldige ich mich, auch wenn ich daran mehr oder weniger unschuldig bin. Mehr oder weniger? fragte Martha Schorf. Wie kann jemand mehr oder weniger unschuldig sein? Der Professor nickte. Gute Frage. Sagen wir, ich habe die Entschlossenheit und Beharrlichkeit unterschätzt. Ich habe die Obsession unterschätzt. Martha stieß den Professor dreimal mit spitzen Fingern in die Brust. Was ist passiert, Professor? Raus damit! Schon gut. Aber Sie müssen verstehen, in welchem Dilemma ich mich befand. Wenn eine Mutter, die ihr Kind liebt, diesem sechs- oder sieben Jahre alten Kind, ein Glas Saft reicht, das mit Diasentrioxid versetzt ist, wird es sein Glas nicht austrinken? Und nun stellen Sie sich vor, diese Siebenjährige wächst zum Teenager heran, aber an der Obsession der Mutter hat sich nichts geändert. Was meinen Sie, was jetzt passiert? Läuft das Kind weg? Wehrt es sich? Vielleicht schleicht sich dieses Kind auch um Mitternacht mit einem Küchenmesser ins Schlafzimmer der Mutter und schneidet ihr die Kehle durch. Oder aber die Mutter geht von Arsenik zu etwas Schlimmerem über. Rast zum Beispiel mit 100 Sachen gegen einen Baum. Wie wollen Sie vorhersagen, was passiert? Wie können Sie die eine von der anderen fernhalten, um beide voneinander zu beschützen? Er sah von Martha zu Gabe. Ich wollte, dass keiner von uns ins Gefängnis kommt. Ich wollte vor allem verhüten, dass einer stirbt. Ich habe nur an unser aller Sicherheit gedacht. Er schluckte schwer, als habe er selbst gerade aus dem vergifteten Glas getrunken. Dann fügte er hinzu. Sie fragen mich immer wieder, was passiert ist. Und ich will es Ihnen sagen. Ich habe das Gesetz gebrochen. Aber ich habe nichts Unrechtes getan. Und mein Freund Tom hat das Gesetz gebrochen, um mir zu helfen. Aber auch er hat nichts Unrechtes getan. Toms Frau Courtney, auch sie hat das Gesetz gebrochen. Aber auch sie hat nichts Unrechtes getan. Sie haben mich gefragt, welche Rolle er gespielt hat? Nun, er hat wohl viele seiner Gelübde gebrochen. Es muss entsetzlich für ihn gewesen sein, an der Seite eines Menschen zu beten und genau zu wissen, dass diese Gebete eine Farce waren. Wenn er zum Beispiel sagte, lieber Gott, hilf uns, Tessa zu finden, hat er in Wirklichkeit das Gegenteil gehofft. Und schließlich meine Frau? Die Frau da drin? Er deutete mit der Hand zum Bauernhaus. Sie hat viele Gesetze gebrochen. Und sie hatte Hilfe. Nicht von mir, sondern von anderen, weil sie ... Er suchte nach den richtigen Worten. Sie in ihrer Obsession ... Er rang Umfassung, bevor er sagte ... Weil sie an den falschen Orten und auf die falsche Art und Weise weiter nach unserer toten Tochter suchte. Ich hatte befürchtet, dass sie sich an ihren Bruder um Hilfe wenden würde und dass er sie ihr nicht versagen würde, weil auch er Tessa geliebt hatte. Ich sagte ihnen ja bereits, er hing an dem Mädchen. Er las ihr jeden Wunsch von den Lippen ab. Er hätte jeden Stein umgedreht. Dabei wusste ich natürlich, dass er darunter nichts finden konnte. Es tat mir furchtbar leid, ihm das anzutun. Aber ich konnte nichts dagegen machen, weil er auf diese Weise Endsuche ... Nun ja, Glaubwürdigkeit verlieh. Wie viele Menschen sind im Zuge ihrer Suche gestorben? fragte Martha knallhart. Um jeden Einzelnen tut es mir leid. Aber dann frage ich sie auch, Detective. Wurden diese Menschen von irgendjemandem geliebt? Wurden sie von jemandem vermisst? Waren sie nicht vielmehr selbst Kriminelle? Er schwieg einen Moment und fügte hinzu. Wer hat um sie getrauert, Detectives? Ich sag es ihnen. Kein Mensch. Das stimmt so nicht ganz, dachte Gabe und sagte, dieses Urteil steht ihnen nicht zu. Martha hakte unerbittlich nach. Wir brauchen eine vollständige Zeugenaussage, einen lückenlosen Bericht von allem, was passiert ist. Ja, sagte der Professor. Sicher. Ich hab nur einfach nicht damit gerechnet, dass dieser Tag einmal kommen würde. Da vergehen Jahre und man redet sich ein, alles, was damals passiert ist, löse sich irgendwann in Wohlgefallen auf. Aber auch da hab ich mich offenbar geirrt. Es sei denn, sie beide ließen es bei dem bewenden, was sie in Erfahrung gebracht haben, und zwar hier und jetzt. Damit wäre eigentlich allen gedient. Denn außer ihnen ist niemand an den Antworten interessiert, die sie sich erhoffen. Als warte der Professor auf ein Ja oder Nein auf seinen Vorschlag, verfielen alle drei für eine Weile in Schweigen. Ohne auch nur einen Blick zu tauschen, kamen Gabe und Martha zu dem Schluss, dass beide Antworten möglich waren. Doch keiner von ihnen sagte etwas. Während Gabe sah, wie sich der Abend über sie senkte, hatte er das Gefühl, noch nie in ein so undurchdringliches Dunkel geblickt zu haben, wie in die Vorgänge vor zwanzig Jahren. Aus der Flut von Fragen, die nahelagen, griff er nur eine heraus. Vielleicht könnten wir uns über ihren jährlichen Angelausflug unterhalten, Professor. Gibson lächelte und nickte. Ja, natürlich. Ich habe schon mit dieser Frage gerechnet. Im Grunde ist es eine Wissenschaft, eine Forelle mit der Nachbildung eines Insekts zu ködern, und zwar mit Nachbildungen aus verschiedenen Entwicklungsstadien dieses Insekts. Die Täuschung ist ziemlich ausgefeilt. Ich warte auf ihre Aussage, wiederholte Martha in knallhartem Ton. Schon gut, erwiderte der Professor schicksalsergeben. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit. Er brach mitten im Satz ab und sah die beiden Detektives eindringlich an. Falls Sie sich wirklich sicher sind, dass irgendjemandem mit der Wahrheit gedient ist. Darauf hat er keine Antwort verdient. Jedenfalls nicht jetzt, dachte Gabe. Ohne Gibson eine Sekunde aus den Augen zu lassen, zog Martha ihr Handy heraus. Sie wählte die Nummer der nächsten Station der Staatspolizei. Kaum hatte sie die dortige Kripo in der Leitung, nannte sie ihren Namen und ihre Dienststelle, gab ihren Standort durch und sagte, Mein Kollege Detective Dickinson und ich kommen gleich mit Personen von besonderem polizeilichen Interesse in Verbindung mit einigen Cold Cases, die wir bearbeiten. Wir benötigen ein Befragungszimmer mit der entsprechenden Ausrüstung. Gibson hörte ihr genau zu. Zeit für die Wahrheit, dachte Martha. Der Trooper am anderen Ende erklärte, sie seien Ihnen mehr als willkommen. Wunderbar, sagte sie und wandte sich an Gabe. Zehn Meilen von hier. In Sandy sagte sie, Wir melden uns wieder, sobald wir unterwegs sind. Gibson blickte plötzlich in den Himmel, als benötige er einen Moment, um seine Gedanken zu ordnen. Dann sagte er ruhig, Leute wie wir, Detektives, kommen nicht ins Gefängnis. Er schüttelte mehrmals den Kopf und fügte langsam und betont hinzu, Sehen Sie sich doch um. Wo wohnen wir? Was machen wir beruflich? Mit wem sind wir befreundet? Wir genießen Ansehen und Einfluss. Wir haben Geld auf dem Konto. Und unsere Hautfarbe? Nein, wir kommen nicht ins Gefängnis. Gabe lag schon eine scharfe Antwort auf der Zunge, doch er riss sich zusammen. Der Professor nahm seinen Faden wieder auf. Sie wollen die Wahrheit wissen? Schön für Sie. Sein Tonfall triefte vor Zynismus. Aber dann fragen Sie sich mal selbst, welche Beweise Sie für diese Verbrechen haben oder ob Sie welche finden werden. Beweise, die Sie einem Gericht vorlegen können. Wohl kaum. Dafür haben Leute gesorgt, die weit mehr von der Sache verstehen als Sie beide. Gibson schnaubte leise. Ich will Ihnen sagen, was die Wahrheit ist, sagte er kalt. Ich könnte jetzt behaupten, ich sei der zweite Schütze auf dem Grashügel gewesen, als John F. Kennedys Wagen an dem Schulbuchlager vorbeifuhr. Oder ich sei der eigentliche Drahtzieher hinter Charles Mansons Helterskelter gewesen. Oder, wenn Ihnen das lieber ist, hallo, Detektives, ich bin der Zodiac Killer. Er überlegte einen Moment, dann fuhr er fort. Wenn ich irgendetwas derartiges zu Ihnen sagen würde, hätten Sie Antworten auf alte Fragen. Aber Sie können heute nichts mehr daran ändern, was damals geschehen ist. Für sich genommen hat ein Geständnis, mit dem ich hier herausrücke, nicht das geringste Gewicht. Und nach Ablauf von zwanzig Jahren können Sie keine Beweise mehr zusammentragen, um Ihre Erkenntnisse zu untermauern. Wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie das genauso gut wie ich. Gibson sprach mit ungebrochenem Selbstbewusstsein. Sie wollen eine Aussage? Sollen Sie haben. Bringt Ihnen nur nichts. Wenn das Semester anfängt, stehe ich wieder vor meinen Studenten. Und Anne ist hier auf ihrer Farm und wird von ihren Erinnerungen verfolgt. Und nichts wird sich daran ändern. Er sah Gabe und Martha mit einem ironischen Lächeln an. Mal im Ernst, Detektives. So schwer das für sie zu akzeptieren ist. Aber ich bin hier der Gute. Er verzog die Mundwinkel zu einem Grinsen, als hätte er einen Witz gemacht. Davon gehe ich zumindest aus, fügte er hinzu. Er richtete sich auf und strafte die Schultern. Also, sagte er, holen wir Anne. Zu dritt durchquerten sie den Vorgarten und stiegen die Eingangsstufen hoch. Martha ging der Gedanke durch den Kopf, dass sie in ihrem Leben schon vielen Mördern gegenüber gesessen hatte, aber noch keinem Kriminellen vom Kaliber des Professors begegnet war. Sie warf einen verstohlenen Blick zu Gabe hinüber. Was würdest du tun, um deinen Sohn zu erhörten? Und ich, um Maria zu schützen? Lügen? Betrügen? Stehlen? Opfer bringen? Töten? Alles? In Gedanken versunken fiel Martha etwas hinter Gibson zurück, der an der Seite von Gabe zügig zum Haus ging. Sie erreichten die obere Treppenstufe und traten an die Tür. Martha konnte es kaum fassen, dass sie endlich Antworten auf ihre Fragen bekommen sollten und war ziemlich aufgeregt. Sie vermutete, dass es Gabe nicht anders erging. Nicht ganz. Die Zeit, dachte Gabe in diesem Moment, wirkt gegenüber Irrtümern, Fehltritten und Schlimmerem wie eine Art Isolierschicht. Und uns ist es tatsächlich gelungen, durch diese zwanzig Jahre alte Schicht zu dringen. So viele Jahre wird nun plötzlich auf wenige Minuten verkürzt. Der Gedanke erfüllte ihn mit einem Hochgefühl. Wenn man ein altes, totes und ausgefranstes Verbindungskabel nimmt und unter Strom setzt, erlebt man, wie es plötzlich vor Energie wieder Funken sprüht. Das ist gefährlich, aber wer nicht wagt, nicht gewinnt. Gabe wollte gerade klopfen, zögerte dann aber mit erhobener Hand. Er und Gibson standen dicht nebeneinander, Martha ein Stück von ihnen entfernt. Gabe klopfte dreimal an. Polizei, sagte er laut. Keine Antwort. Er versuchte es ein zweites Mal. Polizei! Martha sah, wie sich Gabe halb zu ihr herumdrehte und mit den Achseln zuckte, als wollte er sagen, naja, das war ja nicht anders zu erwarten, was. Von drinnen war ein gedämpfter Schrei zu hören, hysterisch. Wo ist Tessa? Und dann explodierte die Tür. Eine Schrotflinte! Das wusste sie auf Anheb. Ohren betäubender Knall. Blut, Schock, Abwehr, Todesangst. Tod. Martha war zurückgetaumelt, als habe sie der Schuss in die Brust getroffen. Gabe war wie von einer mächtigen Bö erfasst und zur Seite geschleudert worden. Getroffen stürzte er die Treppe hinunter und landete mit dem Rücken auf dem Weg, wo er wie ein zusammengeknülltes Blatt Papier liegen blieb. Martha war augenblicklich fest im Griff ihrer traumatischen Erinnerungen. Mit aller Macht versuchte sie, gegen den Schock anzukämpfen und auf ihre Ausbildung, ihre Instinkte und Erfahrung als Polizistin zurückzugreifen. Sie riss den Mund auf, ohne einen Laut herauszubringen. Gibson war wie gelähmt. Er starrte sie mit aufgerissenen Augen an, als habe er niemals mit einer solchen Möglichkeit gerechnet. Er fuhr zur Tür herum und hob den Arm, entweder um das, was ihn erwartete, abzuwehren oder zu empfangen. Der zweite Schuss traf ihn, und zwar ins Gesicht. In einer Fontäne aus Blut, Knochen und Gehirnmasse flog er nach hinten. Endlich brachte Martha einen kehrigen Schrei über die Lippen. Sie registrierte, wie sie nach ihrer Beretta griff, und verzweifelt versuchte, sie aus dem Holster zu lösen. Zuerst hatte sie das Gefühl, als gehörten ihre Finger jemand anderem. Sie duckte sich zur Seite weg und nahm kaum wahr, dass sie sich wie ein Boxer nach einem Magentiefschlag krümmte. In ihrem Rücken hörte sie die pfeifenden, röchelnden Atemzüge von Gabe. Die dritte Garbe ging über sie hinweg. Sie taumelte zu Boden und landete bei dem Versuch, aus der Feuerlinie zu kommen, auf den Knien. Ein vierter Schuss folgte in kurzem Abstand. Er riss ein weiteres gezacktes Loch in die Tür und verfehlte Gabe, der sich stöhnend auf dem Boden wandte. Martha rollte sich auf die Seite, hob die Waffe und richtete sie gerade aus, auch wenn sie kein klares Ziel vor Augen hatte. Indem sie immer wieder wild abdrückte, erwiderte sie durch den Krater in der Tür das Feuer. Sie spürte den Rückstoß in der Hand und konnte schon nach Bruchteilen von Sekunden nicht sagen, wie oft sie geschossen hatte. Geh in Deckung! Beschütze Gabe! Nein, er ist tot! Nein, er liegt im Sterben! Willst du auch noch draufgehen? Schütze dich selbst! Hau ab! Hol Hilfe! Martha hielt weiterhin die Waffe im Anschlag und ging in die Hocke. Da sie immer noch keinen Schützen gesehen hatte, konnte sie auf niemanden zielen. Sie wusste nur, wie dicht sie am Abgrund war. Als sie sich unter einem Wohnzimmerfenster an der Seite des Hauses mit dem Rücken an die Wand lehnte, konnte sie kaum sagen, wie sie dort hingekommen war. Sie hob die Waffe, um beim ersten Geräusch zu schießen. Oder bei der ersten Bewegung. Oder sonst etwas. Sie wollte schreien, doch ihre Stimme war versiegt und ihre Kehle war so ausgedörrt, dass sie nicht einmal schlucken konnte. Dann traf sie wie ein Stromschlag der Gedanke, wieso ist es plötzlich so still? Sie konzentrierte sich. Das einzige Geräusch, das sie außer dem Klingeln in ihren Ohren, dem Nachhall der Schüsse, hörte, war Gabes röchelnder, gurgelnder Atem. Schon einmal hatte sie, in einem Keller, den letzten Atemzug eines Sterbenden gehört, und sie rechnete jeden Moment mit diesem fürchterlichen Laut. Stille kann trügerisch sein. Marta musste gegen das Gefühl ankämpfen, schon seit Stunden reglos an der Hauswand zu kauern, während es wahrscheinlich nur Sekunden waren. Gerade als sie beschloss, ihre Stellung aufzugeben, hörte sie einen langen, verzweifelten, herzzerreißenden Schrei. Als er verhallte, barst das Fenster über ihr unter einem weiteren, dem fünften Schuss, dicht gefolgt vom sechsten. Die Glassplitter gingen in einer Kaskade über ihr nieder, ein Wasserfall rasierklingend schärfer Splitter. Marta stieß einen animalischen Schrei aus, in dem sich Qual und Angst und Zorn entluden. Ohne darüber nachzudenken, was sie tat, wirbelte sie herum, zielte und feuerte durch das zerbrochene Fenster ins Haus. Als die Automatik ins Leere klickte, duckte sie sich wieder an die Wand, zog ein Ersatzmagazin aus der Tasche, ließ das leere Magazin herausfallen und stieß das volle hinein. Unterdessen streifte sie der Gedanke, wieso sie nicht schon tot war, und für einen Moment fürchtete sie irgendwo schwer verwundet zu sein, doch das Adrenalin pulsierte ihr so heftig in den Adern, dass sie es nicht sagen konnte. Sie wollte nachsehen, ob sie blutete, konnte sich jedoch nicht vom Haus losreißen. Sie schnappte nach Luft. In diesem Moment holte sie die gespenstische Stille ein. Sie senkte sich wie ein dunkler Schleier über sie, und wie in dem Keller, in dem sie versehentlich ihren Partner getötet hatte, verschwamm ihr alles vor den Augen. Ihre Vergangenheit hatte sie eingeholt. Sie horchte auf das Laden eines Gewehrs, auf Schritte, auf Stimmen, auf alles. Sie barf einen kurzen Blick auf Gibson, wie ein überfahrenes Tier am Straßenrand, zu groß und zu schnell, um ihm auszuweichen, lag er niedergestreckt auf dem Schotter. Dann spähte sie zu Gabe hinüber, der ein kurzes Stück entfernt auf dem Weg zu verbluten schien. Sie sah, wie er sich bewegte, nur ein wenig mit den Armen, und ihr wurde klar, dass er langsam starb und sie etwas unternehmen musste. Sie tastete in ihrer Tasche nach dem Handy. Staatspolizei Great Barrington? Sie war in heller Panik. Was in Film und Fernsehen so mühelos erschien, war fast unmöglich. In Deckung gehen, Feuer erwidern, Hilfe anfordern. Es kostete sie eine ungeheure Willensanstrengung, ins Handy zu brüllen, »Hier spricht Officer Rodriguez Johnson, Polizist am Boden, Polizist am Boden, wir sind in einem Schusswechsel, wir brauchen sofort Hilfe!« Kaum hatte sie diese hastigen, verzweifelten Worte herausgebracht, ging die nächste Garbe über ihren Kopf hinweg und verfehlte sie so knapp, dass sie unwillkürlich die Arme hob und sich vors Gesicht hielt, während sie der Luftzug der Schrotladung streifte. Sie ließ das Handy fallen, ohne die Verbindung zu trennen. Diesmal hielt sie die Waffe einfach über den Kopf und feuerte wild in die Richtung der todbringenden Schüsse, bis das zweite Magazin leer war. Sie wartete, eine Sekunde lang, zwei, drei, und hörte nichts. Dann vernahm sie vorsichtige Schritte in der Stille. Sie schrie, ein Schlachtruf gegen den unbekannten Schützen, der sich, wie sie fürchtete, immer näher an sie heranschlich. Sie hob die Beretta, zielte auf die Tür und stellte fest, dass die leergeschossene Pistole klemmte. Wie einen glühend heißen Gegenstand ließ sie die Waffe fallen und dachte, ich bin tot, griff jedoch im Moment der größten Panik in ihrer Handtasche, kramte an Notizbuch, Lippenstift und Make-up, Taschentüchern, Kugelschreibern und Bleistiften vorbei, bis zu ihrer zweiten Waffe, der Nahkampfwaffe. Plötzlich stellte sie fest, dass die Geräusche, von denen sie glaubte, dass sie näher kamen, sich von ihr entfernten. Sie hob den Revolver bereit zum Schuss. Es gab ein dumpfes Geräusch, wie von einer Tür an der Rückseite des Hauses. All das geschah so schnell, dass sie ein wenig Zeit brauchte, um die Geräusche einzuordnen. Und so begriff sie erst nach ein, zwei Sekunden, jemand hat die Tür von außen zugeschlagen. Ihr erster Gedanke war, die Gefahr ist vorbei. Sie sind weggerannt. Ihr zweiter? Hinterher! Sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie aufgestanden war. Sie blickte sich zu Gabe um, eine Stimme in ihr schrie, »Hilf ihm! Hilf ihm!« Und eine ebenso laute, »Kannst du nicht! Finde den Schützen!« Während Martha sich zwischen widersprüchlichen Pflichten hin- und hergeworfen sah und gegen die lähmenden Erinnerungen ankämpfte, schob sie sich, die Nahkampfwaffe erhoben, durch die zerfetzte Haustür. Sie warf sich mit dem Rücken an eine Wand und zielte im schnellen Wechsel mit der Waffe in alle Richtungen. Aus jedem dunklen Winkel drohte Gefahr. Sie fühlte sich wie eine defekte Maschine, verzweifelt bemüht weiterzumachen und doch kurz vor dem Stillstand. Alle Sinne waren aufs Äußerste angespannt. Wo lauert der Tod? Sie wollte schießen, egal auf was. Sie ächzte leise, als sie sich weiter trastete, um Ecken spähte und versuchte, sich den Grundriss des alten Hauses zu erschließen, das jede Menge versteckter Winkel bot, um dort in einen Hinterhalt zu geraten. So manövrierte sie sich vorsichtig, doch zügig voran, dann schneller und riskanter. Ein, wie sie hoffte, von langjähriger Diensterfahrung geschärfter Instinkt übernahm die Führung. Sie sah einen langen Flur und an dessen Ende die Hintertür. Wie eine Flipperkugel sprang sie auf ihrem Weg von einer Seite zur anderen, um sich mit ihrer Waffe nach allen Seiten zu sichern, bis sie in eine Küche trat. Niemand da. Sie riss die Gartentür auf. Vierzig Meter entfernt erspähte sie eine Gestalt, die im Laufschritt, doch von einem hinkenden Bein gebremst, über die Wiese eilte. Martha fühlte sich in eine Filmszene katapultiert. Du hast die Wahl. Kehr um und hilf, Gabe. Geh weiter. Sie holte Tiefluft und rannte los. Die Kommandos, die man ihr während der Ausbildung eingeschärft hatte, Stehenbleiben, Polizei, keine Bewegung, konnte sie sich schenken. In ihrem Hinterkopf hielt sich hartnäckig der Gedanke, das Gabe irgendwo hinter ihr, wenn nicht schon gestorben, so doch dem Tode sehr nahe war. Wie eine Marathonläuferin auf der Zielgeraden winkelte sie die Arme an und sprintete mit aller Kraft. Plötzlich fühlte sich Martha jünger, stärker, schneller als ihr zuvor und kämpfte hart, um den Abstand zu verkürzen. Den Kopf ein wenig zurückgelegt, den Mund geöffnet, um Luft in die Lungen zu pumpen, preschte Martha voran. Ihr Sprint brachte sie sofort zehn Meter näher an die Gestalt heran, die das rechte Bein nachzog. Sie sah, dass die flüchtende Person eine Schrotflinte dabei hatte. Als sie auf zwanzig Meter heran war, konnte sie erste Einzelheiten erkennen, doch die fliehende Gestalt drehte sich nicht um. Obwohl sie genau wusste, wer es war, erschien sie ihr im schwindenden Licht wie ein Unbekannter. Unerbittlich trieb Martha die Fliehende vor sich her. Einmal versuchte sie es mit einem Warnruf. »Halt! Polizei!« Doch es war zwecklos. »Nur noch zehn Meter entfernt.« »Ein zweiter Ruf.« »Halt!« Geradeaus, etwa fünfzig Meter entfernt, erspähte Martha eine Baumreihe, die den Waldrand markierte. Dass die Gestalt es bis dorthin zu schaffen und im Schutz der Bäume für immer zu verschwinden drohte, war der einzige klare Gedanke, den sie fassen konnte. Auf fünf Meter heran. »Stehen bleiben!« Wieder ohne Reaktion. Und so blieb Martha stehen. Ob die Waffe? Nahm Schussstellung an. Obwohl sie sich auf einer offenen Wiese befand, fühlte sie sich wie im Keller. »Achtung!« warnte sie sich. »Genau zielen!« »Luft holen!« Sie feuerte zweimal. »Ausatmen!« Die Schüsse trafen die fliehende Person mitten in den Rücken und schleuderten sie nach vorn. Sie fiel der Länge nach auf die Erde, die Flinte flog ein Stück zur Seite. Martha verharrte einen Moment und näherte sich ihr dann langsam, fest entschlossen bei der geringsten Bewegung erneut zu schießen. Sie hatte die Gestalt am Boden fast erreicht. Es war, als sei die Zeit plötzlich stehen geblieben. »Noch ein Schritt!« Und sie sah N. Dumm-Dum-Dum-Geschosse waren unerbittlich. Sie wusste, dass es zu der Waffe, die sie benutzt hatte, kritische Fragen geben würde und beschloss, bei der Ballistik die Beretta einzureichen und zu behaupten, sie habe diese Waffe benutzt. »Natürlich kommen sie dir schnell dahinter. Aber wenigstens können sie dich nicht entwaffnen.« Bevor sie fähig war, auch nur einen Finger zu rühren, sah sie den großen Blutfleck an N. Gipsons rechtem Bein und begriff, dass mindestens einer ihrer Schüsse ins Haus sein Ziel nicht verfehlt hatte. Sie ließ die Waffe sinken. Während sie versuchte, ihren jagenden Puls zu normalisieren, warf sie einen letzten Blick auf die Tote und ihr wurde bewusst, dass all die Antworten, nach denen sie und Gabe mit aller Macht gesucht hatten, vor ihr im Dreck ausgestreckt lagen. Wahnsinnige Antworten, die ein Gibson mit ins Grab nehmen würde. Dann trat Martha, trotz der Zweifel, die sie bestürmten, den Rückzug an und lief so schnell sie konnte zu Gabe zurück, der entweder im Sterben lag oder schon tot war. Ich kann sehen, wie die Nacht hereinbricht. Ein wunderbares, unendliches Schwarz, bis auf die ersten Sterne, die da oben funkeln. Es ist ein schöner Abend, das Ende eines schönen Tages. Mein letzter Tag im Dienst. Gabe schaute in den Himmel. Er konzentrierte den Blick auf einen Stern und dachte, wenn es ihm nur gelänge, diesen einen Stern im Auge zu behalten, würde der ihm sagen, ob er noch am Leben war. Wenn der Stern verschwand, nun, dann war's das. Eine vernünftige Art, seinen Tod abzuschätzen. Alles war ein einziger Schmerz. So umfassend und überwältigend, dass er nicht sagen konnte, wo er getroffen war. Taten ihm die Füße weh? Ja. Die Beine? Ja. Und wie sah es mit dem Bauch, der Brust, dem Kopf, den Armen und den Zähnen aus? Auf alle Fragen? Ja. Seine Sicht, die in diesem Moment so wichtig war, schien irgendwie verschwommen, als fehlte die Hälfte. Er wollte die Hand heben, um sich den Schmerz aus der Gesichtshälfte zu reiben, doch seine Glieder gehorchten ihm nicht, als lösten sich sämtliche Sehnen und Muskeln in seinem Körper langsam in ihre Fasern auf. Es herrschte vollkommene Stille. Das ist schön, dachte er. Niemand möchte in Lärm und Getöse sterben. Er spürte, wie sein Herz immer noch wild entschlossen pumpte, als reine es Kopf an Kopf mit dem Tod um die Wette. In weiter Ferne hörte Gabe in einer Welt, zu der er bald nicht mehr gehören würde, eine Sirene. Dann merkte er, dass Martha neben ihm kniete. Sie sagte eindeutig etwas, aber er konnte sie nicht verstehen. Es war wie der Versuch, unter Wasser zu hören. Und so richtete er das, was ihm an Sehkraft geblieben war, auf den Sternen über ihm. Er spürte eine Brise, die plötzlich auffischte und wie ein Sturm aufheulte. Er hätte sich so gern an etwas festgehalten, einem Seil oder einem Ast, vielleicht einer Eisenkette, irgendetwas, um nicht von dem Hurricane mitgerissen zu werden, der ihn in diesem Moment erfasste. Deshalb griff er, so wie damals nach dem Dollboard seines gekenterten Boots, nach Martas Hand. In diesem Moment kämpfte er so verzweifelt und entschlossen, wie noch nie in seinem ganzen Leben. Zu seinem eigenen Staunen. Marta fuhr auf der menschenleeren Straße wenige Blocks von ihrem Haus entfernt an den Bordsteinen und schaltete den Motor aus. Eine Straßenlampe warf in der Dunkelheit der frühen Morgenstunden spärliches Licht auf den schimmernden Asphalt. Sie senkte den Blick. »Ich habe Gapes Blut an den Händen«, stellte sie fest. Ihre Hände, ihre Jeans und ihre weiße Bluse waren mit rötlich-braunen Flecken übersät. Sie schloss die Augen, lehnte sich auf dem Sitz zurück und atmete langsam aus. »Gap wird heute Nacht sterben.« »Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich sollte zum Krankenhaus zurückfahren und da sein, wenn es soweit ist, damit er nicht allein stirbt.« Eine Frage drängte sich ihr auf. »Habe ich ihn umgebracht?« »Es wäre meine Aufgabe gewesen, an diese Tür zu klopfen.« Nur mit Mühe schüttelte sie die irrationalen Schuldgefühle ab. Dann blieb sie, in der Hoffnung, dass sie verflogen und sie nicht nach Hause begleiteten, eine Weile hinterm Lenkrad sitzen. Eine Stunde zuvor war der Chirurg aus dem OP gekommen und hatte zuerst mit Gapes geschiedener Frau und seinem Sohn gesprochen. Martha hatte versucht, in ihren Gesichtern zu lesen, doch sie waren aschfahl und hatten nur bei jedem Wort, das sie hörten, genickt. Dann war der Arzt zu Martha herübergekommen, mit einer präzisen und schonungslosen Einschätzung der Lage. Es waren Worte gefallen wie künstliches Koma, auf der Kippe, mehrfach Verletzungen im Gesicht, an einem Auge, an Herz und Lunge, hoher Blutverlust, 50 zu 50, einer von dreien. Der Schaden, den eine Flinte Kaliber 12 mit Schrotmunition aus kurzer Entfernung anrichten kann, ist beträchtlich. Zusätzlich waren ihm die Holzsplitter von der Tür wie Schrapnelle ins Fleisch gedrungen. Sie hatte dem Arzt zugehört. Doch das meiste von dem, was er sagte, war entweder nicht ganz zu ihr durchgedrungen oder ihr so nahe gegangen, dass sie versuchte, sich dagegen abzuschirmen. Sie hätte gerne eine intelligente Frage gestellt, doch ihr fiel keine ein. Yovana schreiend, zermutet, doch sie beherrschte sich mit Mühe. Beinahe hätte sie ihren Tränen freien Lauf gelassen, doch auch ein solcher Gefühlsausbruch schien ihr unangemessen. Etwas in ihrem Innern befahl ihr, stark zu sein und stoische Ruhe zu bewahren. Und sie richtete sich danach, auch wenn sie nicht wusste, warum. Gehen Sie nach Hause, hatte ihr der Arzt nahegelegt. Heute Nacht können Sie hier nichts mehr tun. Und für einen Moment hatte sie sich gefragt, ob er in Wahrheit gemeint hatte, was können Sie schon tun. Marta blickte durch die Windschutzscheibe auf die vertraute nächtliche Umgebung, ohne etwas wahrzunehmen. Während sie reglos dasaß, ließ sie die Bilder eines langen Tages zu, die sie bestürmten. Wie sich zwei Rettungssanitäter fieberhaft um Gelb bemühten, Infusionen, Defibrillator, ein Haufen blutgetränktes Verbandszeug auf dem Boden. Platz da, Platz da, als sie ihn auf eine Trage und in den Krankenwagen verfrachteten. Wie unter den Reifen der Kies aufspritzte, als sie mit Vollgas davonfuhren und die heulende Sirene die Dringlichkeit unterstrich. Wie sich kurz darauf die Kriminaltechniker im Haus breitmachten und zur Hintertür hinaus auf die Wiesen ausschwärmten. Wie sich im Blinklicht der Streifenwagen Dutzende Cops, örtliche Beamte und Staatspolizei sowie Detectives vom Morddezernat ihres eigenen Reviers an die Arbeit machten. Wie sich auf der Straße Kameracrews und Reporter an das gelbe Absperrband drängten und die abgeschiedene ländliche Idylle inmitten der Berkshire Mountains in einen Großstadt-Albtraum verwandelten. Wie zwei Detectives vom Morddezernat der Staatspolizei zu ihr kamen. Wir brauchen eine umfassende Aussage zu dem, was sich hier abgespült hat. Wie sie antwortete, »Ja, umfassend. Sollen sie haben?« Dabei war sie sich durchaus der Ironie bewusst. In der Hoffnung auf eine umfassende Aussage hatten sich Gabe, der Professor und sie zu dieser Haustür begeben. Martha hatte die Staatspolizisten zu einem Zivilfahrzeug begleitet, wo sie ihnen bis ins Detail schilderte, was sie gesehen, gehört und unternommen hatte, von dem Moment an, als sie und Gabe eingetroffen und Felix Gibson zur Rede gestellt hatten, bis zu ihrer Verfolgung seiner bewaffneten Ex-Frau. Dabei beschränkte sie sich strikt auf das äußere Geschehen und verschwieg die vorschiffswidrige Nahkampfwaffe sowie die bei ihrem Revier untersagte Munition, die sie verwendet hatte. Beide Ermittler hatten versucht, ihr etwas über den Grund ihres Besuchs und den Zusammenhang mit ihren Ermittlungen zu entlocken, doch Martha hatte sämtliche Fragen in dieser Richtung abgewiegelt. Schließlich verstand sie selbst immer noch nicht ganz, wie alles zusammenhängen und konnte nicht einmal sagen, ob sie es je verstehen würde. Wie sie mit denselben Detektives zusammenstand, als zwei Mitarbeiter der Gerichtsmedizin einen schwarzen, gummierten Leichensack ums Haus trugen. Anne Gibson. Heute eine Mörderin. Aber war sie das gestern auch schon gewesen? Martha sah, wie der Leichensack in einem Krankenwagen verschwand. Eine rätselhafte Obsession, dachte sie. Anne Gibson würde ihr wohl für immer ein Buch mit sieben Segeln bleiben. Und dann, wenig später, der zweite Leichensack auf dem Weg zum Krankenwagen. Felix Gibson. Felix Gibson. Mörder? Oder Komplize? Oder nur Mitwisser? Einer der Staatspolizisten lehnte sich neben ihr an die Fahrzeugtür und deutete zu der Bahre mit Anne Gibsons Leiche. Wie es aussieht, haben sie die Frau zuerst am Bein getroffen, sagte er. Und dann mitten in den Rücken. Guter Schuss, Detective. Sie sah wieder, wie sie mit der Waffe auf die flüchtige Mörderin zielte. Die präzise Abfolge von Zielen und Schießen verlieh dem, was dann passierte, einen Hauch von Rationalität. Ansonsten war sie sich nicht sicher, ob irgendetwas von dem, was an diesem Abend vorgefallen war, auch nur im geringsten mit dem Verstand zu erfassen war. Nur diesen einzigen Gedanken hatte sie auf ihre Fahrt zum Krankenhaus zugelassen. Wie sie aus dem Wartebereich des Krankenhauses ihre Mutter und ihre Tochter angerufen hatte, weil sie damit rechnete, dass sich jemand vom Revier telefonisch bei ihr zu Hause gemeldet und ihrer Mutter mitgeteilt hatte, dass sie erneut in eine Schießerei verwickelt gewesen war. Nachdem sie Gabe im Laufschritt in den OP gebracht hatten, lieb für Martha nichts weiter zu tun, als diesen Anruf zu machen und zu warten. Sie ließ sich zuerst Maria an den Apparat holen. Mir ist nichts passiert. Kein Grund zur Sorge, mir, Amur. Und was ist mit den Bösen? Alle besiegt. Es war in diesem Moment die richtige Auskunft für ihr siebenjähriges Kind, egal wie weit es an der Wahrheit vorbeiging. Wann kommst du nach Hause? Bald. Aber es dauert noch eine Weile. Ich bleibe auf und warte. Die meisten Eltern hätten erwidert, nein, du musst ins Bett, wir sehen uns morgen früh. Doch Martha sagte, wenn du möchtest. Der Versuchung, ihre Tochter in die Arme zu nehmen, konnte sie nicht widerstehen. Sie fragte sich, wo der Unterschied zwischen ihrem Wunsch, ihr Kind zu umarmen, und der Besessenheit lag, die das Verhältnis von N. Gibson zu Tessa beherrscht zu haben schien. Ob es ein schmaler Grat war oder ob Welten dazwischen lagen, konnte sie nicht sagen. Bei der Vorstellung, dass Liebe in unkontrollierbare Obsession und schließlich in Wahnvorstellungen umschlagen konnte, lief es ihr kalt den Rücken herunter. Zu ihrer Mutter sagte sie, ich werde im Krankenhaus bleiben, bis... Den Rest des Satzes brachte sie nicht über die Lippen. Und ihre Mutter hatte nur erwidert, ich werde für Detective Dickinson beten. Gabe, hatte sie gesagt. Nenn ihn in deinen Gebeten, Gabe. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen war. Sie hatte einfach nur gehofft, dass ein persönlicheres Gebet vielleicht eher wirkte. Sie wünschte sich bei ihren wenigen Kirchenbesuchen in den letzten Jahren nicht so zynisch gewesen zu sein. Als könne ihr der Himmel deswegen grollen. Sie blickte durchs Seitenfenster die Häuserzeile entlang, die nur schemenhaft zu erkennen war. Das hier war ihr Viertel, ihr Zuhause, ihr bis in den letzten Winkel vertraut. Doch in dieser Nacht erschien es ihr fremd, wie eine Mondlandschaft, die noch nie ein menschlicher Fuß betreten hatte. Unentdecktes Territorium, auf dem seltsame Kreaturen hausten. Sie brauchte mindestens fünf Minuten, in denen sie nur ins Leere starrte, bevor sie die Kraft aufbrachte, den Gang einzulegen und die letzten Blocks zu ihrer Wohnung zu fahren. Jeder, der an meiner Seite arbeitet, stirbt, dachte sie. Die finsteren Gedanken in ihrem Kopf passten zu ihrer trüben Umgebung. In ihrer Wohnung fand Martha ihre Tochter und ihre Mutter Seite an Seite, schlafend in Marias Bett. Zuerst wollte Martha schon in ihr eigenes Zimmer gehen, um sie nicht zu stören, doch dann schlüpfte sie zu ihnen unter die Decke. Als sie die Augen schloss, fürchtete sie, die gewohnten nächtlichen Albträume vom Ertrinken und Ersticken könnten sie heimsuchen. Doch sie musste erkennen, dass nichts, was in ihrem Unterbewusstsein lauerte, schlimmer sein konnte als das, was dieser Tag mit sich gebracht hatte. Zudem vermutete sie es, in der Enge des Bettes nicht lange auszuhalten. Doch als sie den regelmäßigen Atem ihrer Tochter hörte, schlief sie vollkommen erschöpft und ausgelaugt ein. Am nächsten Morgen, nach ein paar Stunden unruhigem Schlaf, setzte Martha ein unbeschwertes Gesicht auf, als Esperanza und Maria zur Schule aufbrachen. Kaum waren die beiden zur Wohnungstür hinaus, rief sie im Krankenhaus an. Nein, tut mir leid, Detective, sein Zustand ist unverändert. Ich komme trotzdem vorbei. Dann richten sie sich auf eine lange Wartezeit ein. Dazu war Martha gerne bereit. Bevor sie das Haus verließ, warf sie alle blutverschmierten Kleider weg. Dann fuhr sie zu ihrem ersten Zwischenstab. Sie war in einem seltsamen Schwebezustand, ähnlich wie Gabe, der sich zwischen Leben und Tod befand. Ihre eigene Ungewissheit spielte sich hingegen nur in ihrem Kopf ab. Ihre Gedanken schwankten zwischen dem, was sie wusste und dem, was sie noch herauszufinden hoffte, wie ein Pendel hin und her. Sie konnte nicht einmal sagen, womit sie zu rechnen hatte, wenn sie auf ihre verbliebenen Fragen endlich Antworten fand. Antworten waren in diesem Fall ein zweischneidiges Schwert. Als sie das Waffengeschäft betrat, stand der Ladenbesitzer hinter der Theke und sprühte die Vitrine großzügig mit Glasreiniger ein, um dann mit einem fleckigen Lumpen darüber zu wischen. Er hatte die Armel aufgekrempelt, und Martha sah ein Tattoo an seinem Unterarm, das bekannte Symbol der US Marines. Adler, Globus und Anker gingen wie ein Kolben auf und nieder, als er sich mit Werf daran machte, die senkrechten Scheiben blank zu polieren. Martha fiel wieder ein, wo sie kürzlich ein ähnliches Tattoo gesehen hatte. An Joe Martins rechtem Unterarm. Als er sie bemerkte, legte der Ladenbesitzer bei seiner Arbeit eine Pause ein. »Wir drücken ihm alle die Daumen«, sagte er prompt. »Ich weiß«, erwiderte Martha. Für einen Moment tat Stille ein, dann lehnte sich der Mann über die Theke und sagte, fast im Flüsterton, »Wie kann ich Ihnen heute helfen, Detective?« Ohne zu zögern, zeigte sie auf eine matt-schwarze, halbautomatische Pistole in der Vitrine. »Die da hätte ich gern«, sagte sie ruhig, auch wenn die neue Waffe nicht der eigentliche Grund für ihren Besuch war. Er nickte. »Wollen Sie sie vielleicht erst einmal leihen und ausprobieren?«, sagte er, während er sich bückte und die neue Waffe von der Auslage nahm. »Die meisten Ihrer Kunden leihen sich erst mal eine aus und fallen ein paar Magazine leer, um sich mit der neuen Waffe vertraut zu machen, nicht wahr?«, fragte sie. »Ja, die meisten.« »Ist bei mir nicht nötig.« Sie sah zu, wie der Ladenbesitzer die Ware in die Kasse eintippte und Marthas Kreditkarte durchzog. Anschließend drehte er sich um und holte den grauen Stahlkasten mit seinen Aktenkarten vom Regal. Auf diesen Moment hatte sie gewartet. Sie sah ihm dabei zu, wie er die Angaben zu ihrer Pistole auf ihre Karte eintrug. »In diesem Kasten haben Sie die Daten zu sämtlichen Kollegen, die hier je bei Ihnen eingekauft haben, oder?«, fragte Martha in beiläufigem Ton. Der Mann lächelte. »Ja, kann man so sagen. Ich hab's nicht so mit dem modernen Computer-Kram, auch wenn die Burschen vom FBI das heutzutage verlangen. Ich tue also, wozu ich gesetzlich verpflichtet bin, aber für den eigenen Gebrauch führe ich auf meine Weise Buch. Finde ich einfach praktischer. »Zeigen Sie mir die Karten von Joe Martin und Terrence O'Hara. Der Waffenhändler trat verlegen von einem Bein aufs andere. Wozu soll das gut sein?« »Ich interessiere mich für die Waffen,« erklärte Martha, »die sie sich damals, als sie im Morddezernat arbeiteten, bei Ihnen ausgeliehen haben.« Der Händler schüttelte den Kopf. »Ich muss die Privatsphäre meiner Kunden schützen, Detective. Erst recht, nachdem einer von Ihnen verstorben ist.« »Verstorben«, war eine vornehme Ausdrucksweise für einen Kopf, der sich umgebracht hatte, weil er ein Mörder war und fürchtete, jeden Moment aufzufliegen. »Hier geht es nicht um Privatsphäre,« erwiderte Martha. »Hat das etwas damit zu tun, warum Ihr Partner auf der Intensivstation liegt?« »Ja.« »Sie waren meine Freunde,« sagte der Waffenhändler. »Hab so manches Bier mit den beiden getrunken. Was sag ich, Joe Martin und ich haben fast zur gleichen Zeit die Marines verlassen. Sie sind viel zu jung, um sich daran zu erinnern, aber damals in den 60er Jahren hatten sie es noch nicht so mit diesem aufgeblasenen Quatsch von wegen Dank für ihre Dienste am Vaterland. Damals erntete man Buhrufe und wurde, wenn man Pech hatte, angespuckt, wenn man die Uniform an den Nagel hing. »Ich möchte wirklich nichts tun, was vielleicht...« Er überlegte und fuhr fort. »Was einen von den beiden in Misskredit bringen könnte. Oder ihrem Andenken schadet. Manche Dinge, Detective, lässt man besser ruhen. Besonders die Toten.« Martha konnte sein Zögern nachvollziehen, doch sie wollte die Wahrheit wissen. »Mal anders gefragt. Hat Joe oder Irish«, ihr fiel rechtzeitig ein, O'Hara's Spitzname zu verwenden, »ihe eine 44er Magnum ausprobiert?« »Eine Dirty Harry-Knarre? Ist nicht jedermanns Sache. Die durchschlägt glatt eine Ziegelwand. In Alaska schleppen die Angelführer manchmal eine mit sich herum, für den Fall, dass sie einem Grizzlybären begegnen, der nicht klein beigeben will. Aber hier...« Der Ladenbesitzer runzelte die Stirn. »Das geht mir wirklich gegen den Strich«, sagte er. Sie hielt den Mund. Der Mann kramte in seinem Dateikasten und zog schließlich ein paar Karten heraus. Er hielt sie so, dass Martha die beschriftete Seite nicht sehen konnte. »Seltsam«, sagte er. Martha schwieg. »Er hat keine 44er gekauft. Dafür hat er eine... Naja, er hat für ein paar Tage eine auf Probe mitgenommen und danach zurückgebracht. Ist dann doch bei der alten 357er geblieben.« Martha nickte. »Nicht lange danach hat er dasselbe mit einer 25er Automatic gemacht. Ich weiß noch, wie ich damals dachte, dass die bestimmt für seine Frau war. Er hat seine Frau wirklich geliebt. Er hat sich immer Sorgen gemacht, wenn sie Spätschicht hatte. Eine gefährliche Gegend und so. Die 25er, Sie wissen schon, die ist klein und handlich. Aber komischerweise hat er die auch zurückgebracht. »Und Irish?« Der Waffenhändler legte die erste Karte mit der Vorderseite nach unten auf die Theke, griff zur nächsten Karte und startete rauf. Sie sah ihm an, wie es in seinem Kopf arbeitete. »Was steht da?« »Also, Irish fingen wir alle Jungs von der alten Schule mit einem stubsnasigen 38er an und wechselte später zu einer Glock 9 Millimeter, so wie diese hier. Er klopfte sich an die Hüfte.« »Und?« »Im selben Jahr hat er ebenfalls zwei Waffen zur Probe mitgenommen und wieder hergebracht, so wie Joe. Komischerweise war eine davon eine 357er, also praktisch dasselbe Modell, das sein Partner als Dienstwaffe benutzte. Keine Ahnung, wieso er am Schießstand nicht einfach Joes Waffe ausprobiert hat. Ich meine, wieso macht er sich extra die Mühe und holt sich eine von mir, um sie wenig später zurückzubringen?« »Kann ich Ihnen nichts sagen.« Doch sie kannte den Grund. Bei der anderen handelte es sich um einen 9 Millimeter, so eine hat er dann auch gekauft, aber nicht dieselbe, die er zur Probe hatte. Wie es aussieht, hat er sich eine mitgenommen, ausprobiert, zurückgebracht und anschließend dasselbe Fabrikat und Modell gekauft, aber nicht dieselbe Waffe. »Dieser vierfache Austausch, das war 1997, richtig?« Sie stellte die Frage, auch wenn sie die Antwort bereits wusste. Der Waffenhändler nickte. »Und diese Waffen? Diejenigen, die Joe und Irish zurückgebracht haben?« »Wurden weiterverkauft. Wenn Sie wollen, kann ich die Seriennummern zurückverfolgen und sehen, wo Sie hingekommen sind. Aber nur ungern, Detective. Und nur, wenn Sie mir einen entsprechenden richterlichen Beschluss vorlegen. Selbst dann würde ich es mir noch überlegen.« Marta stieß einen tiefen Säufzer aus. »Die Toten vier.« »Jetzt weiß ich, woher die vier verschiedenen Waffen stammen, mit denen sie ermordet wurden.« »Ganz schön clever.« »Bei verschiedenen Tatwaffen denkt man automatisch an verschiedene Täter.« »Und danach wurden sie einfach wieder in Umlauf gebracht.« So ein Versteck konnte sich wohl nur ein alter Fuchs vom Morddezernat ausdenken. »Ich will Irish nicht in Schwierigkeiten bringen,« sagte der Händler. »Er hat's da drüben im Heimach schon so schwer genug.« An dieser Stelle sah der Mann Marta eindringlich an, ein wenig wie ein Zauberer auf der Bühne, der vorgibt, bei einer Versuchsperson Gedanken zu lesen. Er wollte etwas sagen, hielt sich jedoch zurück. Dann nahm er langsam und sehr bedächtig die Karteikarten zu Martin und O'Hara, zerriss sie in zwei Hälften, schob die Hälften zusammen und zerriss sie erneut. »Nein,« sagte Marta, »nichts läge uns ferner als das.« Ohne etwas zu sagen, sah sie ihm dabei zu, wie er die Karten zu kleinen Schnipseln verarbeitete und in einen Papierkorb warf. »Sempafie«, sagte sie, die berühmte Losung des Marine Corps. »Immer treu.« »Genau«, bekräftigte der Waffenhändler und strich mit der Hand über sein Tattoo. »Sempafie«. Marta lehnte sich an ihre Wagentür und blickte in den klaren blauen Himmel. Schützend hob sie eine Hand über die Augen. In ihrer Tasche surrte ihr Handy, vermutlich die hundertste SMS vom Chief, doch so wie Gabe in den letzten Tagen ignorierte sie sie einfach. Sie stand in der ersten Reihe eines fast leeren Parkplatzes. Hier gegenüber befand sich eine geteerte Einbahnstraße, dahinter der Haupteingang zum Gefängnis. An den Eingang grenzte ein hoher Maschendraht und Stacheldrahtzahn, dahinter schlossen sich Ziegel und Betonmauern an. Sie sah auf die Uhr. Gleich zehn. Wie vielen im Revier waren ihr die Tagesabläufe im Gefängnis vertraut. Die Mahlzeiten der Hofgang, die Besuchszeiten, die Arbeitseinsätze. Und die Uhrzeit für Entlassungen. Sie suchte die Umgebung ab. Marta wusste, dass sie nicht lange allein bleiben würde. Und damit lag sie richtig. Sie sah, wie ein Mercedes mit abgetönten Scheiben im Schneckentempo die Straße entlang kam. Die Fenster waren dunkler, als es den gesetzlichen Vorschriften entsprach, das Blech auf Hochglanz poliert. Sie sah, wie die Limousine vor dem Gefängnistor langsam zum Stehen kam und fühlte mehr als ein Augenpaar auf sich gerichtet. Der Mercedes bog schließlich in eine nahegelegene Parklücke ein, wo er mit laufendem Motor wartete. Niemand stieg aus. Sind wir aber pünktlich, spöttelte sie innerlich. Sie ließ die Hand sinken und legte sie sacht auf den Griff ihrer neuen Waffe an der Hüfte. Nur so zur Schau. Sie wandte sich wieder dem Gefängnistor zu, das in diesem Moment aufging. Two Tears trat heraus. Er trug denselben blauen Anzug wie bei den Gerichtsverhandlungen, dazu allerdings ungeschnürte Halbschuhe aus Gefängnisbeständen. Die übliche braune Papiertüte mit seinen persönlichen Sachen hatte er unter den Arm geklemmt. Martha sah, wie er im selben Moment den Mercedes und sie registrierte. Er machte ein paar Schritte auf den abgedunkelten Wagen zu, überlegte es sich dann anders und kam zu ihr herüber. »Ich hatte nicht damit gerechnet, Sie hier zu sehen,« sagte er. »Sie haben mich auch nicht bei der Bewährungsanhörung gesehen, oder?« erwiderte sie. Two Tears zeigte auf den Mercedes. »Meine Jungs sind gekommen, um mich abzuholen.« »Die können einen Moment warten,« sagte sie. Er nickte. »Warten schon ein paar Jahre. Er kommt's nicht auf ein paar Minuten mehr oder weniger an.« Der Drogendealer sah sie zögerlich an. »Ich hab das von Ihrem Partner gehört. Kommt er durch?« »Er ist ziemlich zäh,« sagte sie. »Wenn irgendeiner das überlebt, dann er.« Two Tears nickte zum zweiten Mal. »Also, was führt Sie her, Detective?« »Ich will Ihnen einen Gefallen tun.« »Ich höre.« Sie warf einen Blick zu dem Mercedes hinüber. »Ist das Ihr alter Kumpel Rico?« »Anzunehmen.« »Ich weiß nicht, ob ich an Ihrer Stelle da einsteigen würde, Two Tears.« Er verstand die Warnung. Er überlegte einen Moment und sagte. »Hatte schon so ein Gefühl.« »Rico hat ein paar neue Freunde, Two Tears.« »Leute, die Sie kennen, wie, Detective?« »Allerdings. Leute, die ich nur zu gut kenne.« »Und diese neuen Freunde können mich nicht besonders leiden.« »Genauso wenig wie mich.« Two Tears zögerte einen Moment, dann fragte er. »Haben Sie ein Handy, Detective?« »Wen wollen Sie anrufen?« »Nicht so wichtig,« sagte er. Sie reichte ihm ihr Handy. Er wählte rasch eine Nummer und sie beobachtete sein Gesicht, während er auf die Verbindung wartete. Dann sagte Two Tears. »Ist da die Taxigesellschaft.« »Hören Sie, wissen Sie, wo der Haupteingang zum Gefängnis ist?« »Schicken Sie bitte sofort einen Wagen dorthin.« »Und einen Moment später?« »Fünf Minuten.« »In Ordnung. Ich warte.« Er wandte sich wieder an Martha. »Wissen Sie, wie lange ich schon in diesem Geschäft bin?« »Zwanzig Jahre.« »Mann, das ist in jeder Branche ziemlich lang.« »In meiner bin ich damit ein alter Mann.« »Vielleicht kann ich mich nicht mehr allzu lange halten.« »Aber ich habe auch echt früh angefangen.« Er gab ihr das Handy zurück und fuhr fort. »Ich sehe so einiges und höre so einiges. Manchmal sehe und höre ich Sachen, die ich besser nicht gesehen und gehört hätte.« »Tja, Augen zu und durch tut ihr's.« »Langsam, Detective, ein bisschen mehr Geduld. Lassen Sie einen alten Mann ausreden.« »Es gab da mal einen jungen Typ, einer meiner ersten Partner. Oh Mann, da war ich gerade mal siebzehn oder achtzehn. Der Bursche war kaum älter als ich. Kleiner Fisch. Hat für mich an der Universität gearbeitet. Meistens Gras, ein bisschen Koks, Partypillen. Sie wissen schon, der übliche Collegebedarf. Echt guter Mann hatte es drauf, den Stoff zu verticken. Er hat mich nie übers Ohr gehauen, nie beschissen. Immer pünktlich gezahlt. Typen wie den findet man selten in unserem Geschäft. Obwohl er weiß war und ein College-Kid. Habe ich damals überlegt, ob ich mit ihm so richtig ins Geschäft einsteigen soll. Er hat es drauf und ich mochte ihn. Wie finden Sie das, eh? Ich denke, Sie wissen genau, wen ich meine. Pete zu Hause Und ob Teil 3 Daisy Ich hielt dich nicht für so einen Realisten. Ich hielt dich für poetischer. Du hast also keine Fantasie. Es gibt mehrere Realitäten. Such dir die aus, die dir zusagt. Eugen Ionesco Die Nashörner 1959 6. August 1997 Neun Monate nach Tessas Verschwinden 1.22 Uhr Er war noch Jahre davon entfernt, Tuthiers zu werden. Doch die Voraussetzungen waren bereits geschaffen. Raphael Espinosa kauerte, vorn übergebeugt in einem Treppenhaus und gab sich alle Mühe, trotz der Panik, die ihn erfasste, sich nicht zu übergeben. Er besiegte auch den Instinkt wegzurennen. Er versuchte, seinen Atem unter Kontrolle zu bringen, weil er fürchtete, jeder in seiner Nähe könne ihn hören. Er konnte nur einen einzigen klaren Gedanken fassen. Lass dich nicht auch noch von denen umlegen. Wer auch immer die sein mögen. Gewalt machte ihm keine Angst. Nicht einmal, wenn Blut floss. Auch keine Schießerei. Nicht einmal der Gedanke an den Tod. Das alles gehörte bereits wie selbstverständlich zu seinem Leben. Doch in dieser Nacht hatte er etwas anderes gehört und gesehen. Etwas, das ihn bis ins Mark getroffen und in solche Panik versetzt hatte, dass er nach Luft rang und schweißnasse Hände bekam. Jeder Fremde hätte bei seinem erbärmlichen Anblick gedacht, Raphael Espinosa hätte die Grippe erwischt. Was ihm in diesem Moment in seinem Versteck im Treppenhaus eine solche Heidenangst einjagte und was er erst Jahre später richtig begreifen sollte, war eine besondere Art von Brutalität. Irrational. Willkürlich. Etwas, dem er so noch nie in der Unterwelt, in der er sich seinen Platz erkämpft hatte, begegnet war. Was er gehört hatte, sprach für eine Grausamkeit, die ihresgleichen suchte. Auch wenn ihm dazu nicht das Wort Folter in den Sinn kam, wäre dies die einzig richtige Bezeichnung gewesen. Hätte ich an die Tür geklopft, wäre ich jetzt auch tot. Er hätte nicht sagen können, was ihn, als er vor Piets Tür stand, davon abgehalten hatte, anzuklopfen. Dabei hatte er die Hand schon erhoben. Später dachte er über diesen Moment, die heilige Maria hat mir die Hand zurückgehalten. Er war nicht besonders religiös, hatte seit Jahren keine Kirche mehr von innen gesehen. Dennoch kam er zu dem Schluss, dass ihm nur eine Eingebung von oben die Fingerknöchel von der Tür ferngehalten hatte. Eher vielleicht der heilige Jesus Malverde. Durch die Tür hatte er ein tiefes Stöhnen, gehört, unterdrückt, verzweifelt. Ein Laut von jemandem, der große Qualen litt, aber mit einem Isolierband oder Taschentuch geknebelt war. Es war eine billige, dünne Wohnungstür, vor der er gestanden hatte, und er hatte das seltsame Gefühl, sein Herzschlag wäre drinnen zu hören. Dennoch hatte er sich vorgebeugt und versucht, den Wortwechsel in der Wohnung zu verstehen. So viel hatte er herausgehört. Die Stimme der Frau? Wo ist Tessa? Wieder dieses Stöhnen. In seiner Fantasie sah er, wie Pete verzweifelt den Kopf schüttelte. Die Stimme der Frau? Wo ist Tessa? Das klatschende Geräusch eines brutalen Schlags ins Gesicht. Die Stimme der Frau? Ich weiß, dass du Drogen verkaufst. Ich weiß, dass du Mädchen vergewaltigst. Bist du auch ein Mörder? Ein unterdrückter Schluchzer. Die Stimme der Frau? Zum letzten Mal. Wo ist Tessa? Ich weiß, dass du sie entführt hast. Ich weiß, dass du sie getötet hast. Wo ist meine Tochter? Das nächste Schluchzen klang nach heller Panik, wie ein schrilles, entsetzliches Jaulen. Der Laut war so verzweifelt, dass Raphael von der Tür zurücktaumelte, bevor er den Schuss hörte. Dass er die Geistesgegenwart besaß, ins Treppenhaus zu flüchten, wo er sich verstecken konnte, war die nächste höhere Fügung. Die zweite war sein Zögern, an Pits Tür zu klopfen. Die erste, dass ihn niemand beim Betreten des Wohngebäudes beobachtet hatte. Später wurde ihm klar, dass dies der entscheidende Glücksumstand war. Als nämlich die Tür zu Pits Wohnung aufging und zwei Leute herauskamen, erkannte er einen von der Straße wieder und wusste, dass derjenige ihn auch umgekehrt wiedererkannt hätte, während sie sich begegnet. Und das wäre sein sicherer Tod gewesen. Martha und Two Tears sahen im selben Moment das Taxi langsam die Zufahrt zum Gefängnis herunterkommen. Der Drogendealer winkte den Wagen heran. »Ich gehe jetzt«, sagte er. »Alles erledigt.« »Nicht so ganz«, dachte Martha. Doch seine Schilderung der Vorgänge in Pits Wohnung bestätigte ihr, was sie schon lange vermutet hatte. Jede weitere Einzelheit erübrigte sich. Two Tears trat aufs Taxi zu. Er warf einen Blick zum Mercedes, der alles sagte. »Ich bin mit euch noch lange nicht fertig.« Doch als er die Tür zum Taxi öffnete, drehte er sich noch einmal zu Martha um. All die Jahre lang ist mir die Stimme dieser Frau nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und der Name Tessa. Wenn man so etwas mit anhört, vergisst man es sein Leben lang nicht. Ich meine, Detective, das war nicht das einzige Mal, dass ich erlebt habe, wie Leute Informationen aus jemandem rausholen. Sowas kann ziemlich hässlich werden. Aber diese Stimme. Ich habe nie wieder erlebt, dass einem immer wieder dieselben Fragen gestellt werden, auf die er keine Antwort wissen kann. Warten Sie, das stimmt nicht ganz. Ich habe keine Ahnung, wer Tessa ist und warum die Frau bei Pete nach ihr suchte. Aber ich gehe jede Wette ein, dass sie die Suche nie aufgegeben hat. Nein, dachte Martha, hat sie nicht. So schnell bin ich nicht einzuschüchtern. Aber diese Stimme, die hat mir eine heidene Angst gemacht. Ein ehrliches Bekenntnis von einem Kriminellen, stellte Martha fest. Lügen von den Cops. Verkehrte Welt. Und noch was begreife ich nicht. Nehmen Sie ein Mistkerk wie mich. Ich meine, wie ich aussehe, wie ich rede und was ich mache. Wenn Sie zu mir sagen, finde das und das für mich raus. Naja, Sie wissen, womit ich mein Geld verdiene und dass ich Mittel und Wege finde, Ihnen diese Informationen zu beschaffen und Ihnen nicht irgendeinen Scheiß erzähle. Was ich damit sagen will. Es würde Sie nicht wundern, wenn ich das mit Pete gewesen wäre. Aber so eine Mutter aus der Vorstadt, die so aussieht, als wäre sie gerade auf dem Weg zu ihrem Lesezirkel oder zu ihrem Ferienhaus auf Capcourt? Ne, das passt doch nicht, oder? Martha schwieg, während sie dachte, »Gerecht du hast.« »Wieso haben Sie mir nichts davon erzählt, als ich Sie im Gefängnis besucht habe?« Tuthiers runzelte unglaublich die Stirn. »Meinen Sie im Ernst, das wäre der richtige Ort, um Ihnen so eine Geschichte zu erzählen, wo es von Kameras und Mikrofonen wimmelt?« Er nahm auf dem Rücksitz des Taxis Platz. »Vielleicht sind wir jetzt quitt, Detective. Vielleicht auch nicht. Sehen wir einfach mal, wie es weitergeht.« Er zog die Tür zu, und Martha blickte dem Taxi hinterher. Als sie sich umdrehte, sah sie, wie der Mercedes die Zufahrt ansteuerte. Mit wenigen Schritten hatte Martha den Wagen erreicht, ging vor der Kühlerhaube in Stellung und hielt die Hand hoch. Die andere Hand ruhte nach wie vor auf ihre Waffe. Der Mercedes hielt langsam an. Martha blieb stehen. Sie wartete, zählte lange genug, um dem Taxi einen sicheren Vorsprung zu geben. Sie wusste nicht, ob sie Tuthiers damit einen weiteren Gefallen getan hatte. Mit einem Winken und einem freundlichen Lächeln trat Martha schließlich zur Seite und ließ den schwarzen Wagen vorbei. »Vielleicht nicht das Klügste, was du im Leben getan hast,« sagte sie sich. »War mir jedenfalls ein Vergnügen.« Es war bereits Mittag, als sie durch die Tür der Notaufnahme kam. Sie rechnete damit, dass Gabe tot war. Sie hoffte, dass sein Zustand unverändert war. Sie wünschte sich, dass er sich stabilisiert hatte. Was sie erfuhr, war eine Mischung von allen drei Erwartungen. Etwa um Mitternacht hatte es einen Herzstillstand gegeben. Die Geräte, die seine Vitalparameter maßen, hatten Alarm ausgelöst und das wachsame Personal auf der Intensivstation hatte schnell gehandelt. Ein einziger Elektroschock hatte sein Herz reanimiert. Danach war er wieder ins Koma gefallen. In medizinischer Hinsicht hatte sich nichts verändert, bis sein Puls in den frühen Morgenstunden so regelmäßig geworden war, dass die fahrlangste Ärzte, die um sein Leben kämpfte, Hoffnung schöpfte. Vom Flur aus starrte Martha durch die Scheibe auf ihren Partner. Unter den dicken Verbänden und angeschlossen an all die Kabel und Geräte war nicht viel von ihm zu erkennen. Der einzige Teil von seinem Gesicht, der frei lag, war geschwollen und blutunterlaufen. Er war entstellt. Zombie-Gabe, dachte sie unwillkürlich. Auf Stühlen in den hintersten Winkeln der Intensivstation entdeckte Martha die geschiedene Ehefrau und Michael, nenn mich nicht Mike. Mit Sicherheit hatten die beiden nicht viel Schlaf bekommen. Wie schon zuvor in der Nacht überlegte sie, ob sie sich mit ihnen bekannt machen sollte, ließ es aber auch diesmal bleiben. Jeder hatte das Recht auf ein bisschen Feigheit. Am liebsten wäre sie an sein Bett getreten und hätte ihm zugeflüstert, ich weiß jetzt, was passiert ist. Selbst wenn immer noch ein oder zwei Puzzleteile fehlten, ihre neuen Erkenntnisse über Tessa wie auch über die Toten Vier, stellte sie sich vor, würden ihm trotz Verletzungen und Betäubungsmitteln ins Bewusstsein dringen und ihm Erleichterung verschaffen. Aber vielleicht auch dazu führen, dass er nicht mehr weiterkämpfte. Sie wartete wohl besser, bis sie ihm noch etwas anderes zuflüstern konnte. So stand Martha unschlüssig im Flur der Intensivstation und überlegte, wie es weitergehen sollte, als sie energische Schritte hinter sich hörte. Sie drehte sich um. »Was zum Teufel geht hier vor?« Die Frage kam vom Chief, aufgebracht, mit rotem Gesicht, wie sie es inzwischen gewohnt war. Er war, wenig überraschend, in Begleitung des PL, dem keine taktlosere Frage einfiel als »Was zum Teufel hatten Sie beide da draußen verloren?« Wütend hoch zwei. Den väterlichen Freund und Helfer konnte sie vergessen. Und dann nahmen sie Martha volle Breitseite unter Beschuss. »Wir haben Sie angerufen!« »Wir haben nach Ihnen gesucht!« »Ist Ihnen klar, in welche Schwierigkeiten Sie sich gebracht haben?« »Nichts im Vergleich zu denen meines Partners«, entgegnete sie in Gedanken. Martha richtete sich auf und blickte die beiden Männer an. Schulter an Schulter redeten sie auf sie ein. Ihre Hautfarbe wechselte zwischen aschfahler Sorge und rotglühendem Zorn. Sie schürzten die Lippen, wählten ihre Worte bewusst und ließen sie dennoch wie ein Schnellfeuer über ihr niedergehen. Sie trugen dunkle Anzüge, in denen sie entfernt an Bestattungsunternehmer erinnerten. Mortars, wie aus dem Ei gepellten Vorgesetzten, rückten ihr eigenes, ausgelaugtes und zerknittertes Erscheinungsbild in ein denkbar unvorteilhaftes Licht. Sie war zu erschöpft und fand es außerdem zum ersten Mal seit Wochen nicht der Mühe wert, sich eine Lüge aus den Fingern zu saugen. Martha lehnte sich mit dem Rücken an eine Wand. Eigentlich, kam ihr mehr und mehr zu Bewusstsein, wäre es an diesen beiden Lackaffen, mir Rede und Antwort zu stehen. Auch wenn sie die Fragen hörte, mit denen sie bombardiert wurde, klang der Wortschwall doch wie eine Fremdsprache, die sie nicht verstand. Zwischendurch rauschten Namen an ihr vorbei. Gabe, Felix Gibson, Anne Gibson, Miami, Two Tears, alle in einem Atemzug. Ohne ihnen zuzuhören, starrte Martha den beiden Männern, die ihr jetzt auf wenige Zentimeter zur Leibe rückten, ins Gesicht. Sehr leise und in triefend, sarkastischem Ton sagte Martha, »Wie wär's mit einer kleinen Reise in die Vergangenheit?« Im selben Moment blieb ihnen ihre Tirade im Halse stecken und sie brachten kein Wort mehr heraus. Vor zwanzig Jahren, vor einer halben Ewigkeit, zwei ehrgeizige Männer, die sich durch die Ränge des Morddezernats bis an die Spitze des Präsidiums hocharbeiten, die Art Männer, die den Laden fest im Griff haben. Keine halben Sachen, keine losen Enden. Darauf waren sie stolz, denn diese beeindruckende Aufklärungsrate und Verhaftungsstatistik schweißte die beiden aneinander, und zwar rasant. Kein gefährlicher Außeneinsatz mehr, dafür ein besseres Gehalt, Stützen der Gesellschaft, bis sie eines Tages zu ihrem namenlosen Schrecken feststellen müssen, dass sie es mit den schlimmsten losen Enden zu tun haben, die man sich nur denken kann und die ihnen direkt auf dem Schoß hängen. Sie müssen feststellen, dass ihre zwei besten Leute bei vier Fällen nicht so richtig gute Arbeit abgeliefert haben, also gehen sie diesen Fällen ein bisschen nach und stellen fest, dass vielleicht alles noch viel schlimmer ist, als sie geahnt haben. Ihre Wut versetzte sie selbst in Staunen und die beiden Männer, gegen die sie sich richtete, wagten sich nicht zu rühren, sondern gefroren, wie bei einer Bildstörung, zum Standbild. Cops, die ihnen unterstanden, taten, wie sie erkennen mussten, schreckliche Dinge. Detective, worauf wollen sie eigentlich hinaus? fragte der Chief in einem schroffen Ton, der ihr unterschwellig zu verstehen gab. Das reicht. Muss für diese beiden ehrgeizigen Männer ziemlich hart gewesen sein, rauszufinden, dass die zwei Detectives, denen sie am meisten vertrauten, auf die am meisten Verlass zu sein schienen und die sie als Freunde betrachteten. Die zwei Detectives, deren Erfolge für das ganze Dezernat ein Aushängeschild waren, dass diese zwei, Überraschung, auf einmal dazu übergegangen waren, die Bösen umzubringen, statt sie zu schnappen. Solche losen Enten sind natürlich Karrierekiller. Die kosten einen den Job, bringen einen in Verruf und vielleicht sogar in den Knast. Solche losen Enten kann keiner gebrauchen, nicht wahr? Also muss man sie vertuschen und so tief vergraben, dass sie in Vergessenheit geraten. Jedes Mal, wenn sie von losen Enten sprach, legte sie eine Spur mehr Sarkasmus hinein. Sie wissen nicht, was sie da sagen, Martha schluckte. Sie sägte gerade an dem Ast, auf dem ihre beiden Vorgesetzten saßen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie meine kleine Geschichte endet, Chief. Haben die beiden damals nur so viel herausgefunden, dass sie sich die beiden besten Detektives vorknöpften und ihnen sagen konnten, Schluss damit? Oder haben sie gesagt, ist vielleicht an der Zeit, in Pension zu gehen oder zur Verkehrspolizei zu wechseln? Sie beobachtete die Reaktion der beiden Männer. Es stand viel auf dem Spiel, nicht wahr? Nicht nur Karrieren, nein. Wären diese Fälle bekannt geworden, hätte das zwangsläufig auch ein schlechtes Licht auf sämtliche frühere Fälle geworfen, mit denen sich diese zwei Detektives in all den Jahren hervorgetan hatten. Alles, was mit ihnen zu tun hatte, wäre auf einmal in Frage gestellt, nicht wahr? Pokerface. Sie ließen sich nicht anmerken, ob Martha bei ihnen einen Nerv getroffen hatte. Schon bemerkenswert, nicht wahr, Chief? fuhr sie fort. Was alles geschehen ist, nur weil mir in diesen alten Akten vier Unterschriften ins Auge gesprungen sind und ich es seltsam fand, dass die zwei Besten des Dezernats hintereinander weg mehrfach versagt hatten, was sonst nie geschah. Nur, dass sie in Wirklichkeit nicht versagt hatten, richtig? Sie sah erst den PL und dann den Chief erwartungsvoll an. Detective Rodriguez-Johnson, passen Sie auf, was Sie sagen, erwiderte der Chief sehr leise in schneidendem Ton. Der PL tat es ihm gleich. Martha, Sie sollten hier nicht mit wilden Beschuldigungen um sich werfen. Sie funkelte die beiden Männer an. Eine Menge wichtiger Entscheidungen, die damals zu treffen waren, nicht wahr? Keine Chance, auf diese Frage eine Antwort zu bekommen, doch es tat gut, sie zu stellen. Besonders die Entscheidung, fügte sie beinahe im Flüsterton hinzu. Nichts zu tun. Für einen Moment herrschte eisige Stille. Dann schüttelte der Chief den Kopf. Was das? Sie sah den PL an, dann den Chief und verneinte. Ich hätte da noch eine Frage. Dreifaches nächtliches Klopfen an meiner Tür. Was soll das nun wieder heißen? fragte der PL. Und vermummte Männer in Gabes Haus? Detective, sagte der Chief, ich kann Ihnen nicht folgen. Jemand hat jemanden zu uns geschickt, um uns zu sagen, dass wir mit dem, was wir machen, aufhören sollen. Wer hat da wohl wem einen Gefallen geschuldet? Wer war bereit, uns ein bisschen Angst einzujagen, hm? Kleiner Racheakt aus dem Drogendezernat. Und im Gegenzug sehen ein paar Freunde bei dem, was diese vermummten Männer sonst so treiben, nicht allzu genau hin. Cleverer Schachzug. Jeder, der noch ganz bei Sinnen ist, hätte die Finger davon gelassen und sich was anderes vorgenommen. Sie legte eine Pause ein und fügte hinzu, Was meinen Sie, Chief? Bin ich noch bei Sinnen? Er sah sie mit einem vernichtenden Blick an. Mir kommen Zweifel, sagte er. Vollends in Fahrt war Martha nicht mehr zu bremsen. Und falls danach einem von uns zufällig etwas zustoßen würde, nun, wen würde man da wohl als Ersten verdächtigen? Tutiers. Ich meine, wer käme schon auf die Idee, im eigenen Stall zu suchen? Weder der Chief noch der PL sagten etwas. Martha musste an Tutiers Mutter denken, Wem gäbe man die Schuld? Verdammt gute Frage. Die Frage schlechthin. Der PL stieß einen tiefen Seufzer aus. Der Chief musterte sie abschätzig. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? fragte er. Sie antwortete nicht. Er lachte trocken und freudlos. Was für eine Räuberpistole, Detective. Meinen Sie im Ernst, irgendjemand glaubt Ihnen diese abstruse Geschichte? Martha stieß sich von der Wand ab. Sie war deutlich kleiner als die beiden Männer und um einige Kilo leichter, doch in dieser Sekunde fühlte sie sich größer und stärker. Wie ein Soldat in Habachtstellung strafften sich die Schultern. Ein interessanter Moment, sagte sie in eisigem Ton. Damals am Scheideweg, heute wieder. Schwerwiegende Entscheidungen und somit stellt sich die Frage, ob das, was vor 20 Jahren passiert ist, von neuem hochkommt, ob alles wieder von vorne losgeht und brandaktuell wird oder ob alles so bleibt, wie es ist. Begraben und vergessen. Und wissen Sie auch, was das ganz Besondere an diesem Moment ist? Martha war sich sehr wohl bewusst, welches Risiko sie mit jedem Wort einging. Die beiden Polizeibeamten verharrten schweigend und mit hasserfülltem Blick. Der einzige Mensch, der heute keine Wahl hat, liegt da drinnen, sie deutete mit einer Kopfbewegung zur Intensivstation. Für ihn geht es um Leben und Tod, nur dass er diese Entscheidung nicht selbst in der Hand hat. Mit diesen Worten ließ sie die beiden Polizeibeamten stehen. Detective, sagte der Chief in ihrem Rücken. Ich glaube, Sie sollten sich Ihre nächsten Schritte gut überlegen. Sein Ton verriet nicht, ob es sich um eine Drohung oder einen Rat handelte. Diesmal bleibt es nicht bei nächtlichem Klopfen. Es könnte so kommen, wie es ihr tut, wie es Mutter vorausgesagt hatte, wenn sie an einem blauen Abend irgendwo draußen herumlief und nicht wachsam war. Oder auch nicht. Sie führte sich das Risiko glasklar vor Augen, um den Gedanken mit einem Achselzucken abzuschütteln. Ich überlege mir immer gut, was ich tue, sagte sie und drehte sich noch einmal um. Der Chief musterte sie verächtlich. Schusswechsel unter Beteiligung eines Beamten. Zum zweiten Mal in Folge. Sieht nicht gut für sie aus, ganz und gar nicht. Wirft ein äußerst schlechtes Licht aufs Präsidium, nicht wahr? Das bedeutet schon mal automatisch Ihre sofortige Suspendierung. Und das ist das geringste Problem. Ich frage mich, ob Ihre Schüsse gerechtfertigt waren, Detective. Einer der Flüchtigen ist in den Rücken geschossen worden, nicht wahr? Was meinen Sie? Ob Ihnen die von der internen Ermittlung das durchgehen lassen? Es traf sie wie ein eisiger Wind ins Gesicht. Die zweite Waffe. Gegen die Dienstvorschrift und mit verbotener Munition geladen. Sie schwieg. Was meinen Sie, was das über Ihre Glaubwürdigkeit sagt? führte der Chief hinzu. Zeit, den Hut zu nehmen, Martha, sagte der PL. Sie traut einen Schritt näher an die beiden Männer heran. Am liebsten hätte sie dem PL gesagt, Sie wissen so gut wie ich, dass ich Ihren früheren Partner nicht töten wollte, aber Sie wollen mich loswerden, egal wie. Doch sie verkniff sich jede Erwiderung und ließ sich nicht in die Karten sehen. Alles, was geschehen war, wurde, so schien es ihr, auf eine Waagschale gelegt und gegeneinander abgewogen. Blöff gegen Blöff. Einer am Tisch hielt zwei Asse in der Hand, doch keiner konnte sicher sagen, wer es war. Die Interne erwartet eine Erklärung, sagte der PL. Jeder erwartet eine Erklärung, sagte Martha leise. Damit drehte sie sich um und machte sich auf den Weg durch den Flur. Was sie im Flüsterton hinzufügte, konnte mit Sicherheit keiner von ihnen beiden hören. Niemand will die Wahrheit hören, heute so wenig wie früher. Oder in Zukunft. Martha trat durch die Krankenhaustür ins Feier, blieb in der Sonne stehen und sog die Wärme auf. Ein schöner Tag, dachte sie. Die Liste der Leute, Einrichtungen und Behörden, die auf ihre Schilderung der tödlichen Vorfälle am Bauernhaus warteten, war lang. Neben der internen Ermittlung, die Morddezernate der örtlichen sowie der Staatspolizei, die Ballistik und die Tatortanalyse, die Bezirksstaatsanwaltschaft, die Lokalzeitungen und Fernsehsender, vielleicht überregionale Presse und TV, die Boulevardblätter, auf Verbrechen spezialisierte Blogger, das FBI, das Justizministerium, alle würden wissen wollen, wieso ein Detektiv lebensbedrohlich verletzt, ein angesehener Chemieprofessor und seine geschiedene Ehefrau tot waren und was alle Beteiligten mit solch tragischen Folgen dort zusammengeführt hatte. Und wenn sie nicht falsch lag, käme auch bald ein Anruf von einem Bestattungsinstitut, das gern wüsste, was sie mit ihrer Leiche machen sollten, nachdem sich jeder ein Stück abgeschnitten hatte. Sie traute niemandem mehr über den Weg. Beinahe hätte Martha lautlos gepustet, als ihr bewusst wurde, dass der einzige Mensch, dem sie außer ihrer alten Mutter und ihrer siebenjährigen Tochter und dem halbtoten Gabe in diesem Moment noch vertraute, Two Tears war. Und auch das vermutlich nur für kurze Zeit, bis er seine nächste größere Straftat beging. Von ihm hatte sie etwas über eine Nacht vor vielen Jahren erfahren. Würde ihr irgendjemand abnehmen, dass Anne Gibson eine Mörderin war? Niemand. Und trotzdem war sie es. Als sie sich ihre verfarne Situation vor Augen führte, wurde Martha fast schwindelig. Fragen, Antworten. Nicht mehr von Belang. Alle sind tot. Wie sollte sie sich hinstellen und erklären? Tut mir leid, sie über ihren hochverehrten Professor und seine elegante Frau aufzuklären, aber sie war besessen und eine Mörderin. Und das Aberwitzigste von allem, bei ihrer mörderischen Obsession ging ihr großer Bruder ihr zur Hand, der sie innig liebte, und sein getreuer Partner, die beiden besten Cops im Mordezernat, die genau wussten, wie man so etwas vertuscht. Das alles geschah vor zwanzig Jahren und wurde ungeschehen gemacht. Ein Tag verstrich, sie war noch am Leben. Ein zweiter Tag verstrich, sie war noch am Leben. Funkstille. Vom Chief, vom PL. Es war, als wartete die Bürokratie, die über ihre Tage wachte, und die Straße, die ihre Nächte kontrollierte, auf ihren nächsten Zug. Die trügerische Ruhe hätte sie jede Sekunde in äußerste Alarmbereitschaft versetzen müssen, doch sie prallte an ihr ab. Zum ersten Mal seit dem Moment, in dem sie begriff, dass sie ihren Partner erschossen hatte, fühlte sie sich immun, wie nach einer Schutzimpfung gegen den Tod. Sie fragte sich, ob ihr Abstieg in den Keller des baufälligen Hauses, um Russell Williams zur Rede zu stellen, ihr mehr geholfen hatte, als die Erkenntnis, was mit den Toten vier geschehen war. Inzwischen war es ihr zur Gewohnheit geworden, jeden Tag Stunden auf der Intensivstation zu verbringen, wo Gabe weiterhin im Koma lag. Eine Art Wettspiel half ihr, sich die Zeit des Wartens zu vertreiben. Keine Veränderung, eine Veränderung zum Guten, eine Veränderung zum Schlechten, Stunden der Hoffnung, Stunden der Skepsis. Die Schwestern auf der Station brachten ihr gelegentlich Kaffee und setzten sich zu ihr, ohne je über medizinische Themen, Gapes Genesungsaussichten oder sonst etwas zu sprechen, das den Grund ihrer Besuche betraf. Vielmehr redeten sie über Kinder, Schulen, Ferienziele. Waren sie schon mal auf Hawaii? Oder Cape Cod soll um diese Jahreszeit traumhaft sein? Manchmal tatschten sie über die Ärzte, die Gapes Zimmer betraten oder verließen. Der hat sich gerade einen Porsche gekauft, will wahrscheinlich seine Frau betrügen. Oder seine Frau geht fremd. Für Martha waren das kostbare Momente. Bei diesen zwanglosen Unterhaltungen fühlte sie sich weniger allein. Sie wusste, dass die Schwestern auch mit Gapes geschiedener Frau und Michael, nämlich nicht Mike, sprachen und ihnen gut zuredeten, die Mahnungen der Ärzte zu befolgen. Gehen sie heim, warten sie ab. Wenn es etwas Neues gibt, rufen wir sie an. Von Zeit zu Zeit kehrte sie ins Verlies zurück. Sie machte dürre, abstrakte Aussagen gegenüber den Ermittlern der Internen, die sich folglich über ihre wenig erhellenden Antworten auf ihre Fragen ärgerten. Sie wusste, dass alles, was sie sagte, früher oder später auf dem Tisch sowohl des Chief als auch des PL landete, und es war schwer zu sagen, ob ihre kryptischen Auskünfte sie schützten oder ihren vorgesetzten Zündstoff boten. Es war ihr egal. Sie konnte für sich selbst einstehen. Außerdem erledigte sie jede Menge Formularkram in dreifacher Ausfertigung, jeweils morgens oder spätabends, wenn sie sich möglichst unauffällig hinein- oder hinausschleichen konnte. Es war eine Farce. Die verschwundene Martha, das ist aus mir geworden. Der Gedanke kam ihr, während sie darauf wartete, dass Gabe es entweder schaffte oder dahin siegte und starb. Noch war nichts entschieden. Sie wartete noch auf einen anderen Moment. Doch das behielt sie für sich. Niemand, am wenigsten der Chief und der PL, durfte davon wissen. Zwei gleiche Särge aus lackiertem braunem Holz, ein funkelndes goldenes Kruzifix, helles Licht, das zu den Buntglasfenstern einfiel, so dass die weißen Altardecken rot-blau-gold- und gelbgetönte Kanten hatten. Die Bänke vor ihr waren voll besetzt, sanfte Orgelmusik wehte durch die Kirche. Auf dem Weg zu den Eingangsstufen, an den hohen Eichen und den Rasenflächen vorbei, hatte Martha ein großes Anschlagbrett entdeckt, mit Fotos vom Chemieprofessor und seiner geschiedenen Frau. Der Professor war in einer ungestellten Pose vor seinen Studenten eingefangen, seine Frau im Bühnenlicht bei einer Amateuraufführung von König Lear. Sie gab die Cordelia. Ein Foto von ihrer Tochter fand sich nicht. Sie nahm sich ein mit schwarzem Rand versehenes Programm des Trauergottesdienstes von einem Wandtisch und rutschte auf eine der hinteren Bänke. Wie schön, dachte Martha, ziemlich viele Freunde, Kollegen, Nachbarn und eine beträchtliche Zahl ehemaliger Studenten, die dem Professor auf ihrem beruflichen Weg etwas zu verdanken hatten. Besserer Abschied, als ich ihn je bekommen werde. Und falls Gabe stirbt, beschränkt sich die Zahl der Trauergäste wohl auf seine Frau und seinen Sohn und mich. Es sei denn, der Chief und der PL kommen dazu, um sich davon zu überzeugen, dass er mit hundertprozentiger Sicherheit tot ist. Sie warf einen Blick in das Programm und wartete. Der Direktor des Instituts für Chemie stand auf und erzählte eine Anekdote über ein Experiment, das in einem der Labors schiefgegangen war. Es bestand die Gefahr einer Explosion, aber dank Felix Gibsens Geistesgegenwart konnten die Studenten evakuiert werden. Danach ging das Seminar auf dem Rasen weiter, um keinen lehrreichen Moment ungenutzt verstreichen zu lassen. Verhaltenes Lachen im Publikum. Es folgte eine ausholende Würdigung der Segnungen von Gibsens Forschungsarbeit für die armen Länder auf dem Globus. Er bescherte den Menschen dringend benötigtes, unbedenkliches, lebensspendendes Wasser, führte der Institutsdirektor aus. Martha hörte nur mit halbem Uhr zu, denn sie war viel zu sehr damit beschäftigt, die Reihen der Gäste durchzugehen und über die Fremden zu spekulieren. Die Frau ist eine Kollegin. Der Mann muss ein Nachbar sein. Der Direktor endete mit den Worten »Felix hat unzähligen Menschen geholfen. Menschen in aller Welt stehen in seiner Schuld.« Den nächsten Redner erkannte Martha wieder, Anne Gibsens behandelnder Psychiater. Seine kurze Ansprache kreiste um Dämonen und um Anne Gibsens schweren Kampf dagegen. Martha fand es seltsam, das Wort Dämonen aus dem Mund eines Psychiaters in einer Kirche zu hören. Nach dem Arzt begab sich Father Ryan zum Podest. Der Priester hatte sie geflissentlich übersehen, außer in dem einen kurzen Moment, als sich ihre Blicke trafen und er nur stumm den Kopf schüttelte und wegsah. Er sprach von Erlösung und Vergebung. Beides fand Martha in diesem Fall ein wenig befremdlich. Er sprach von Liebe, noch befremdlicher. Er schloss mit den Worten »So wie Felix und Anne im Leben vieles einte, so sind sie jetzt, wie sie es gewollt hätten, im Tod vereint.« Das Befremdlichste von allen. Es folgte eine Lesung aus der Bibel, das Übliche, Zeit zu säen, Zeit zu ernten. Und dann sah sie, wie der Priester einen verstohlenen Blick in die Mitte der Trauergemeinde warf. Genau der Moment, auf den Martha gewartet hatte. Sie interessierte sich nicht für die Emotionen von Freunden, Nachbarn oder Kollegen. Sie suchte nur nach den Tränen in einem einzigen Gesicht. Zwei Frauen, die alleine saßen. Aus dem Gesicht der Älteren war Trauer abzulesen. Die jüngere, große, blonde Frau neben ihr hatte feuchte Wangen. Martha starrte unverwandt zu den beiden Frauen hinüber, als ein Konzertgitarrist Bachs »Jesus bleibet meine Freude« spielte, womit der Gottesdienst etwas abrupt zu Ende war. Die beiden Frauen erhoben sich. Auch Freunde und Kollegen standen auf. Der Mittelgang füllte sich. Wie bei vielen Beerdigungen herrschte eine Mischung aus Trauer und Wiedererkennen vertrauter Gesichter. Martha wartete. Wie vermutet, blieben der Institutsdirektor und der Psychiater draußen vor dem Eingangsportal stehen, Umarmungen, Hände schütteln, mehr tränen. Hier und da drang verhaltenes, makabres Lachen durch die offene Flügeltür herein. Sie erinnerte sich an dasselbe Phänomen bei den Beerdigungen, bei denen sie die Beileidsbekundungen entgegengenommen hatte. Ehemann, Partner. Schon schwer, nicht einen Hauch von Erleichterung bei dem Gedanken zu empfinden, er ist tot, Gott sei Dank bin ich noch am Leben. Sie fragte sich, ob sie zum dritten Mal in einer solchen Reihe stehen würde, wenn Gabe starb. Hinter dieser Aufstellung sah Martha, wie einige Autos rangierten, um zu einem Friedhof zu fahren, ganz vorne zwei blitzende schwarze Leichenwagen mit buntem Blumenschmuck. Sie sah, wie Father Ryan mit den beiden Frauen ein wenig abseits stand. Er ergriff beide Hände der Jüngeren, bevor er sich wegdrehte. Martha drängte sich an dem Priester vorbei, der die Hand ausstreckte, als wolle er sie mit Gewalt zurückhalten, sie dann aber sinken ließ. Sie ging geradewegs auf die zwei Frauen zu. Die Ältere war groß, dünn, mit schulterlangem, silbrig glänzendem Haar. Die jüngere Frau hielt sich dicht neben ihr. Martha sah, dass sie sich an den Händen hielten und die Köpfe einander zuneigten, als gebe ihnen die Berührung Trost. Die Jüngere hatte verweinte, gerötete Augen, doch selbst der Kummer in ihrem Gesicht konnte ihre Strahlkraft und Schönheit nicht verbergen. Als sie ihre Hände losließen, damit die Jüngere sich die Augen mit einem Taschentuch tupfen konnte, trat Martha heran. Sie ergriff die Hand der Älteren. Ein aufrichtiges Beileid, sagte sie. Danke, erwiderte die Frau in einem Ton, der sagte, was gäbe es da sonst noch zu sagen. Sie sind Ärztin? fragte Martha, ohne ihre Hand loszulassen. Ja, und Sie sind? Detective Rodriguez Johnson. Freut mich, Sie kennenzulernen, sagte die Frau. Haben Sie die Gibsons gut gekannt? fragte Martha. Die beiden Frauen schienen zu zögern. Ja, erwiderte die Ältere, das könnte man so sagen. Es trat kurzes Schweigen ein, bevor Martha hinzufügte, das heißt, Sie haben eigentlich nur Felix gekannt, Anne nur, nun ja, vom Hören sagen. Die Frau wurde noch bleicher, als sie es ohnehin schon war. Doch Martha ließ ihre Hand nicht los, sondern hielt sie nur umso fester, als fürchte sie, die Frau könnte sich losreißen und fliehen. Martha holte tief Luft und redete sich gut zu. Frag sie, was Gabe gefragt hätte, nutze, was du von ihm gelernt hast. Bozeman, Montana, nicht wahr? Rocky Mountains, endlose Weiten, so viel Privatsphäre, wie man sich nur wünschen kann. Die Frau nickte, ihre Augen huschten hin und her, doch sie rührte sich nicht vom Fleck. Das ist ihre zweite Beerdigung innerhalb weniger Tage, nicht wahr? Ihr Bruder, der Notarzt in Miami und seine Frau? Das muss schwer für sie sein, zwei solche Verluste in so kurzer Zeit. Die Frau nickte. Martha sah sie an und fragte sich, ist sie nun eine Kriminelle oder ein Opfer? Oder beides? Gehen sie gerne angeln? Sie erholte Tiefluft und rief sich den Ort, den Gabe erwähnt hatte, ins Gedächtnis. Am Big Hole River? Sie spürte, wie sich die Finger der Frau fester um ihre Hand legten. Forellen, ja? Keine Antwort. Martha wandte sich der jüngeren Frau zu, die den Wortwechsel wie gebannt verfolgt hatte. Und das ist ihre? Es war, als erwache die Psychiaterin aus ihrer Trance. Nächte, brachte sie im Flüsterton heraus. Amy, das ist Detective. Tut mir leid, ich habe ihren Nachnamen nicht verstanden. Doch Martha antwortete nicht auf ihre Frage, sondern hielt nur weiter die Hand der Frau fest, während sie der Jüngeren fest ins Gesicht sah. Amy, sagte sie und kämpfte gegen ihren eigenen rasenden Puls an. Ich glaube, sie und ihre Cousine Sarah hingen sehr aneinander. Nur, dass sie nicht wirklich Cousinen waren, nicht wahr? Eher beste Freundinnen. Und Sarah? Tom und Kourtney? Martha legte eine Kunstpause ein und griff bewusst zu den Vornamen. Die haben ihnen das Leben gerettet, nicht wahr? Die jüngere Frau nickte. Ja, das haben sie, sagte sie, furchtlos. Martha holte noch einmal Tiefluft. Die Mittagssonne brannte ihr so auf den Kopf, als müsste sie Feuer fangen. Unter ihren Füßen tat sich der Boden auf und sie hing vollkommen in der Schwebe. Hallo Tessa, sagte sie. Ich bin schon eine Weile auf der Suche nach ihnen. Fünf Unterhaltungen in der Vergangenheit. Die erste Unterhaltung. Dritte Meile von geplanten Zähnen. Kurzer, gleichmäßiger Atem, Muskeln gedehnt, aufgewärmt. Pace 6,30. Sie wird sie umbringen, Tom. Ich weiß es einfach. Ich kann die Jugendhilfe einschalten. Dazu bin ich verpflichtet. Und die nehmen sie mir weg. Stecken sie in irgendein Heim, wo sie keinen kennt und wo ihr weiß Gott was zustoßen kann. Aber wenn die sie nicht holen, wenn sie davon überzeugen kann, da sei nichts, das sei alles nur ein großer Irrtum, ein Missverständnis. Was ist dann? Alles Felix, was kommt? Ich sollte Anne umbringen und die Konsequenzen auf mich nehmen. Wenigstens wäre Tessa dann sicher. Falls ich das tue, vielleicht könntet ihr sie zu euch nehmen. Ich meine, für uns wäre es das, aber sie wären Sicherheit. Um Gottes Willen, Felix, das kannst du nicht machen. Was hab ich denn für eine Wahl? Na schön, ich komme ins Gefängnis. Es geht hier nicht um mich. Es geht um ihr Leben. Die beiden Männer laufen eine weitere Meile. Es fängt an zu nieseln, doch sie ignorieren die Nässe. Kannst du Tessa nicht heimlich zu irgendwelchen Verwandten bringen? Wie denn? Da würde Anne als erstes nach ihr suchen. Und sie würde sie finden. Was dann? Lass sie für zehn Sekunden alleine, meinetwegen zehn Minuten oder eine Stunde. Wie lange würde es dauern? Wie könnte ich das riskieren? Gibt es denn keine ärztliche Hilfe für Anne? Das habe ich tausend Mal versucht. Sie spricht mit einem Therapeuten, sie nimmt ihre Medizin und wenn ich sie in eine Anstalt einweise, dann kommt sie wieder raus. Sie findet einen Weg, glaub mir. Wer garantiert mir, dass ist auf den Regen, der jetzt stärker wird und das Klatschen ihrer Schuhe auf dem nassen Teer. Mir kommt da vielleicht eine Idee, sagte der Chemie Professor. Ist ziemlich verrückt, total verrückt und ich bräuchte eure Hilfe. Jederzeit. Es wäre sowas wie Mord, nur dass niemand stirbt, womit er sich irren sollte. Die zweite Unterhaltung Deine Mutter liebt dich. Ich weiß. Aber sie weiß sich nicht zu helfen. Es ist eine Krankheit. Wieso kann sie nicht dagegen was nehmen? Dagegen gibt es keine Medizin. Aber wenn wir das so machen, vielleicht geht es ihr dann in ein oder zwei Jahren besser. Das hoffe ich jedenfalls. Father Ryan betet darum. Und vielleicht können wir dann alle wieder glücklich zusammen sein. Was er wirklich denkt, erspart er ihr. Keine Chance, keine Hoffnung. Das ist eine Lüge, sie wird nie gesund. Ich hab Angst. Das weiß ich doch, Schatz. In deinem ganzen Leben wirst du nie wieder etwas so beängstigendes machen müssen. Aber die Schwester von Sarahs Dad, die ist wirklich sehr nett. Und sie versteht genau, worum es geht. Und sie wird sich um dich kümmern, bis es morgen besser geht. Sie wird dir helfen. Aber da kenne ich keinen. Und genau darum geht es. Das verstehst du doch. Alle, deine Mutter, Onkel Joe, besonders Onkel Joe, müssen glauben, jemand hätte dich entführt, ein Mörder, ein böser Mann, damit sie dich nicht finden können. Aber Onkel Joe wird alles versuchen, Mom auch. Deshalb verstecken wir dich an einem Ort, den keiner kennt und wo keiner nach dir suchen kann. Sie nickt, er streichelt ihr über die Wange, übers Haar. Es ist ja nicht für allzu lange. Und ich komm dich ja schon bald besuchen. Aber ich kann nicht mal mit dir telefonieren, bis ... Ja, das stimmt. Nicht mit mir, nicht mit Sarah oder anderen Freunden, mit niemandem, den du je gekannt hast, nicht mal mit Father Ryan. Keinen Kontakt, welcher Art auch immer, mit irgendjemandem, egal wie traurig oder einsam du dich fühlen magst. Das ist unglaublich wichtig. Ich weiß, das wird schwer. Fast als würdest du noch mal neu geboren. Ich weiß das. Aber ich glaube, das ist unsere einzige Chance. Sie nickt wieder. Wir treten Tränen in die Augen. Du bist das tapferste Mädchen, das ich oder irgendjemand sonst, den ich kenne. Er schließt sie in die Arme. Sie hat angefangen zu weinen. Nächsten Sommer, wenn niemand mehr nach dir sucht und alle denken, du bist für immer verschwunden, dann komme ich rüber und wir sehen uns wieder. Es wird eine Überraschung und ich verspreche dir, ich bringe dir das Angeln bei. Zwischen Schluchzern murmelt sie. Das wäre Unterhaltung. Er kann nicht zu ihr sagen, noch kannst du es dir anders überlegen, denn er glaubt nicht, dass das jetzt noch möglich ist. Zu viel wurde bereits in Gang gesetzt. Und so sagt er nur, versuch stillzuhalten, Tessa, es dauert nur eine Sekunde, es tut nicht weh. Er hat ihr schon den Arm abgebunden und ihn mit Alkohol desinfiziert. Sie zittert und er will nicht daneben stechen. Er fürchtet gleich selbst zu zittern, auch wenn er im Laufe seines Berufslebens vielleicht schon tausendmal Blut abgenommen hat. Allerdings noch nie so und zu diesem Zweck. Als ihr die Nadel unter die Haut dringt, zieht sie weg. So ist es gut, sagt er, schön tapfer sein. Versuche ich ja, antwortet sie. Sally wird sich um dich kümmern, sagt er. Ihr werdet euch ganz bestimmt verstehen. Er möchte noch etwas über Vertrauen sagen, findet aber nicht die richtigen Worte. Die Spritze hat sich mit Tessas Blut gefüllt. Und jetzt, sagt er, lass mal deinen Rucksack sehen. Er nimmt den rosa Ranzen und drückt etwas von dem Blut über den Riemen und der Oberseite aus. Das wird so aussehen, als hätte dich jemand geschlagen, erklärt er. Und jetzt denkt dann, will er fortfahren, doch Tessa fällt ihm ins Wort. Nichts außer den Sachen, die ich anhabe, das hat mir Dad schon gesagt. Braves Mädchen, sagt er. Etwas Besseres fällt ihm nicht ein. Viel Glück wäre völlig daneben, auch wenn er weiß, dass sie es alle brauchen werden. Die vierte Unterhaltung. Es geht mit hastigen Anweisungen los. Runter, auf den Rücksitz, aber lass den Rucksack da draußen fallen. Nach einer Minute geht es weiter, atemlos, vor Anspannung ein wenig chill. Hallo Tessa, ich bin Toms Schwester Sally, bleib mit dem Kopf unten, aber hör mir gut zu. Da hinten ist eine Decke, zieh sie über dich, ja? Wir die Stille im Wagen wird nur von Tessas Schluchzen unterbrochen. Nach einer Stunde setzt sich Tessa auf, sie hat keine Tränen mehr. Wie in Trance starrt sie auf die Straße, die unter den Rädern dahin fliegt. Toms Schwester wirft alle paar Minuten einen Blick nach hinten. Als sie vor sich die Mautstelle der Grenze zum Bundesstaat New York erblickt, muss Tessa, nur für So wie es ist, würden sie nur eine Frau darauf sehen, die alleine durch die Nacht fährt. Keine Entführung. Ihr kommt der Gedanke, kann man jemanden entführen, der seiner Entführung zustimmt? Während sie die elektronische Mautspur nimmt, wo sie niemand sehen kann, denkt sie, tja, eine erste grenzüberschreitende Straftat, eine gesetzeswidrige Rettungsaktion. Zehn Meilen weiter sagt sie Tessa, dass sie wieder unter der Decke hervorkommen kann. Die Berkshires gehen in die Kerzgills über, dazwischen schlängelt sich der Harzen. Die Interstate 90 Richtung Westen immer zehn Meilen unter dem Tempolimit. Drei Tage, vielleicht auch vier bis Bozeman. Es ist schon spät, aber sie denkt, dass sie besser bis Ohio fahren sollte, bevor sie anhalten und sich schlafen legen. Sie hat eine Medizin dabei, um Tessa beim Einschlafen zu helfen, doch wahrscheinlich wird sie das Mittel nicht brauchen. Vermutlich schläft sie vor Erschöpfung ein. Das Mädchen hat genug geweint, genug Angst ausgestanden. Tessa fühlt sich jetzt einfach nur leer. Doch sie weiß, dass mit jeder Meile, die sie weiterfahren, etwas Neues auf sie zukommt, dass sie Leere füllen wird, auch wenn es unbekannt und furchterregend ungewiss ist. Wie weit ist es noch? fragt Tessa. Weit, antwortet die Schwester. Die fünfte Unterhaltung Die ersten neun Monate sind vergangen. Ein heißer Juliabend, eine Stunde vor Sonnenuntergang. Es ist eine Eintagsfliege. Siehst du, wie lang der Schwanz ist und wie die Flügel abstehen? Und jetzt sieh dir die Fliege an, die ich dir an die habe. Siehst du, wie sehr sie sich ähneln? Meinst du, eine Forelle fällt darauf ein? Wenn sie Hunger hat? Um diese Jahreszeit haben sie immer Hunger. Und jetzt aufgepasst. Schultern nicht bewegen, Ellbogen raus und Handgelenk steif. Die Routenspitze geht von zehn nach zwei Uhr im Uhrzeigersinn. Gut so, vor und zurück, so dass die Schnur hin und her schwingt. Das doch das sagt er nicht. Vielmehr spornt er sie an. Und jetzt legt den Köder da aus. Warum geht es nicht besser, oder? Nein, tut mir leid, Schatz, bis jetzt nicht. Vielleicht in einem Jahr. was er nicht sagt, es ist noch schlimmer geworden. Tessa wirft die Angel aus. Sie schüttelt den Kopf. Zu reif für ihr Alter. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es jemals besser wird. Sally sagt, es ist eine wirklich schlimme Krankheit. Ja, die schlimmste. Oder eine der schlimmsten. Sagt Sally auch. Eine Pause. Sie beobachten, wie die Fliege über die Wasserfläche gleitet. Im Westen verblasst das Licht. Dabei ist es immer noch heiß. Nur das Wasser rings um ihre Warthosen ist kühl. Und die Schule? War am Anfang echt krass. Aber jetzt bin ich voll gut. Voll? Ja, tut mir leid. Naturwissenschaften hab ich am liebsten. So wie du. Und wie Sally. Sie ist toll. Sie sagt, allen ich wäre ihre Nichte Amy. Inzwischen fragt kaum noch jemand. Wirf noch mal die Fliege aus. Sieh mal, ob du sie nicht da drüben, direkt vor der kleinen Stromschnelle und dem großen Felsen da ins Wasser bekommst. Okay. Kommst du bald wieder? Jedes Jahr. Muss doch angeln gehen. Tessa lächelt. Sie versenkt die Fliege im dunklen, rauschenden Wasser des Big Hole River. So? Perfekt. Und jetzt sieh mal, was passiert. Angebissen! Ja, verliere ihn nicht. Er sieht ihr dabei zu, wie sie mit dem Fisch kämpft. Sie wird im Lauf der Jahre noch viele Kämpfe durchzustehen haben, denkt er. Doch die meistert sie auch. An seine eigene Einsamkeit denkt er nicht. Stattdessen freut er sich auf seinen jährlichen Angeltrepp. Martha wartete im Wagen vor dem Krankenhaus. Sie versuchte Parallelen in ihrem eigenen Leben zu finden zu dem, was ihr die junge Frau erzählt hatte. Die erste Erinnerung, die sie hervorkramte, war beschämend banal. Ihr fiel wieder ein, wie unbeholfen, fehl am Platz und allein sie sich an ihrem ersten Tag an einer neuen Schule gefühlt hatte. Nicht einmal ein Bruchteil von dem, was Tessa in der Nacht empfunden haben musste, in der sie sowohl verschwand als auch gerettet wurde. Die Erinnerung an den Priester und den Offizier in Uniform, die kamen, um ihr die Nachricht vom Tod ihres Mannes durch eine Sprengbombe am Straßenrand zu überbringen, stellte sich ungefragt ein. Das war plötzlich und furchtbar gewesen, aber nicht gänzlich überraschend, da sie um das Risiko gewusst hatte, dass er willentlich eingegangen war. Daher hatte sie streng genommen mit dieser Möglichkeit rechnen müssen, auch wenn sie trotzdem aufgeschluchzt hatte und fast zusammengebrochen wäre. Zuletzt versuchte Martha, sich den Moment vor Augen zu führen, indem sie erkannte, dass sie ihren Partner erschossen hatte. Vielleicht kam das in meinem ganzen Leben der Sekunde am nächsten, in der dieses dreizehnjährige Mädchen ganz allein in die Nacht hinaustrat, um in ein völlig neues Leben zu wechseln, um am Leben zu bleiben. Martha fragte sich, ob Gabe das alles begreifen würde. Der Gabe vor seiner Verwundung hätte es verstanden. Bei dem Gabe, der auf der Intensivstation noch um sein Leben kämpfte, konnte sie nicht sicher sein. Sie ließ noch einmal alles Revue passieren, was sie über die verschwundene Tessa und die Toten Vier wusste. Eine ganze Anzahl von Menschen war gestorben, um ein Leben zu retten. Oder andersherum, weil ein Leben gerettet worden war, mussten viele sterben. Ist es möglich, fragte sie sich, solch verheerendes Unrecht zu verursachen und zugleich ein Held zu sein? Vielleicht. Sie wandte sich zu der Frau, letztendlich. Wäre wohl jeder, wenn er führe, was passiert war, seit sie aus dem Haus Delisters getreten war. Wahn, Obsession, Morde. Für nichts davon war sie in irgendeiner Weise verantwortlich. Für einige Morde und Freitode war sie jedoch der ursprüngliche Grund. Schweres Gepäck, das sie mit nach Montana nimmt, dachte Martha. Nicht zu ändern. Martha versucht, sie sich als 13-Jährige vorzustellen, wie sie verängstigt von allem wegrennt, was sie bis dahein gekannt hat, wie sie ihren Rucksack am Rand der Straße fallen lässt, die sie nie wiedersehen soll, ohne etwas mitzunehmen als die Sachen, die sie auf dem Leib trägt, und das Versprechen ihres Vaters, er werde in einigen Monaten kommen, um sie zu besuchen. Als sie auf den Rücksitz von Tom Listers Schwester huschte, musste sie gewusst haben, dass niemand, den sie je gekannt hatte, noch der Mann, den sie als Onkel Joe kannte, nicht ihre Schulfreunde, noch der Arzt, der im Krankenhaus Leben rettete und sich bereit erklärt hatte, eines auf diese besondere Art zu retten, nicht einmal der Priester, der sie getauft hatte und auch an dieser Feuertaufe beteiligt war. Wahrscheinlich war Tessa damals, und sei es nur diffus, bewusst, dass ihre Entdeckung für sie den Tod bedeutet hätte. Vielleicht nicht sofort, aber unausweichlich. Und obwohl sie es in diesem Moment nicht in Worte hätte fassen können, hatte Tessa auch gewusst, dass sie, solange die Mutter lebte, ihres Lebens nicht sicher sein konnte. Dabei war auch das nicht ausgemacht. Würde die Frau, die ihr als Kind zwanghaft nach dem Leben getrachtet hatte, sie auch noch als Erwachsene bedrohen? Aber wer hätte es darauf ankommen lassen wollen? Martha wurde klar, dass es auf diese Intensivstation zu kommen. Sie schwankte. Einerseits hatte sie Angst vor dem, was sie erwartete, andererseits war sie begierig, es herauszufinden. Und so lief sie gemessenen Schrittes durch den Flur. Tessa hingegen war unbefangen und selbstsicher. Als sie sich gelb näherten, sah Martha einen der Ärzte, die ihn behandelten. Der Arzt legte ein elektronisches Krankenblatt weg und winkte ihr zu. Längst kannte sie hier jeder. Keine Veränderung, sagte er, aber weiterhin stabil und das ist schon mal gut. Er musterte Tessa. Gehören sie zur Familie oder nahestehend, antwortete Tessa. Der Doktor nickte. Wir werden versuchen, ihn morgen oder in den allernächsten Tagen aus dem Koma zu holen. Er scheint sich zu erholen. Vitalparameter, motorische Funktionen, fragte Tessa prompt. Wo steht er nach der Glasgow Coma Skala? Der Arzt der Intensivstation stutzte und Tessa fügte hinzu, ich bin in der Facharzt Ausbildung, in der Psychiatrie. Beständig, Tendenz steigend, er scheint auf Außenreize anzusprechen. Reden Sie mit ihm, damit er ihre Stimme hört. Als sein Sohn das gestern getan hat, gab es klare Anzeichen dafür, dass er ihn hören Prognose. Doch der Arzt verstand, worauf sie hinaus wollte und sagte, immer noch ungewiss, auf dem rechten Auge bleibt er blind. Ob er Gehirnschäden erlitten hat, können wir im Moment nicht sagen, doch mit dieser Einschränkung bin ich verhalten optimistisch. Er hat natürlich noch einen langen Genesungsweg vor sich. Das rechte Auge, sagen sie? fragte Tessa. Ja, bestätigte der Arzt. Tessa drehte sich zu Marta um. Odin? Wer? Der nordische Gott? Er hat sein rechtes Auge für das Wissen geopfert. Ja, das haben die beiden gemeinsam, erwiderte Marta. Der Arzt nickte. Aber wie gesagt, es liegt ein langer Weg vor ihm. Und selbst wenn er sich vollständig erholt, wird er nie wieder in den Außendienst zurückkehren können. Das macht nichts, antwortete es sowieso besser im Büro. Als sie in sein Zimmer traten, konnte Marta auf Anhieb keine Veränderung feststellen. Dieselben Apparaturen piepten und überwachten jeden Herzschlag und Atemzug. Aus der Infusionsflasche tropften immer noch Medikamente in seinen Arm. Die Verbände am Kopf und um die Brust waren leuchtend weiß. Die freiliegenden Stellen waren immer noch geschwollen und blutunterlaufen, aber längst nicht mehr so schlimm wie zuvor. Marta holte Tiefluft und beugte sich zu Gabe hinunter. Hey, Gabe, ich bin's Marta. Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht, jemanden, den Sie kennenlernen sollten. Sie trat zurück. Die jüngere Frau trat ans Bett. Sie legte ihre Hand auf Gabes. Sie kennen mich unter anderem Namen, sagte sie und schwieg kurz, bevor sie hinzufügte. Früher einmal war ich Tessa. Aber ich bin nicht mehr verschwunden. Gabe zuckte, als gehe ein Stromschlag durch seinen Körper. Marta sah, wie er die rechte Hand zur Faust ballte. Dann öffnete er sie, streckte die Finger aus und schloß sie um Tessas Handgelenk. Nachdem sie Tessa zum Flughafen gebracht hatte, wusste Marta, noch ein Besuch anstand, bevor sie wieder zum Krankenhaus zurück fuhr. Auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle hatte Tessa sich noch einmal umgedreht und gesagt, ich glaube, dass er überlebt. Ja, ich auch, hatte Marta gesagt. Marta hatte den leisen Verdacht, dass sie und Gabe einen seltsamen Zwischenbereich betreten hatten, in dem sie für immer ganz 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 sicher waren und sich dessen doch nie ganz sicher sein konnten. Für immer frei, aber nicht frei. Tessa hat recht, dachte sie, mit Odin. Wir haben für unser Wissen viel geopfert. Und noch etwas hatte sie begriffen. Eine bessere Versicherungspolize als die Frau, die sich auf den Heimweg nach Montana machte, konnte sie sich nicht wünschen. Die beiden Männer, die sie im Flur vor der Intensivstation mit ihrer Vergangenheit konfrontiert hatte, würden wohl begreifen, dass Tessas Existenz sie als Feiglinge dastehen ließ. Doch in ihrer Feigheit waren sie wohl schlau genug zu erkennen, dass sie die Wahrheit über die verschwundene Tessa, ganz zu schweigen von den Toten vier, besser weiter ruhen lassen und nichts unternehmen sollten, um Martha und Gabe zur Preisgabe ihres Wissens zu provozieren. Für den Chief und den PL hatte sich mit einer Ausnahme nichts geändert. Das einzig Neue an der Situation, jetzt wissen es auch Gabe und ich und nunmehr Tessa. Alle drei kannten sie die Fakten bis ins Detail, nur dass sie, wie Professor Gibson richtig vorhergesagt hatte, nichts beweisen konnten. Zumindest nicht so, dass es für Anklagen und Strafprozesse reichte. Doch für die beiden Polizeibürokraten waren schille Schlagzeilen, fortgesetztes Rampenlicht und unerbittliche Reporteranfragen zweifellos kaum weniger furchterregend. Mit der Gefahr müssen die beiden leben, solange Tessa lebt. Die verschwundene Tessa, die Toten vier, Cold Cases, die für immer aufs Eis gelegt werden müssen. Martha wusste, dass dies ein gewagtes Spiel war. Doch das ging. Wieso nicht weitere 20 Jahre? Viele hatten ihr Leben dafür gelassen, oder aufs Spiel gesetzt, Tessa zu beschützen, ihr Geheimnis zu bewahren, wie auch es zu lüften. Jetzt würde ihre Existenz zumindest einen Teil dieser Schuld begleichen. Und so machte sich in Martha auf ihrem Weg quer durch die Stadt Optimismus breit, wenn sie an ihre eigene Zukunft dachte. Fast kam sie sich dabei glaubte sie Jesus nicht unbedingt an ihrer Seite, ging aber davon aus, dass er von jetzt an nicht mehr allzu sehr auf sie acht zu geben brauchte. Außerdem sollte er sich lieber darauf konzentrieren, Gabe am Leben zu erhalten. Für ein Weichen war das möglicherweise ein Fulltime-Job. Sie fand einen Parkplatz und lief zügig über den großen asphaltierten Platz. Es war ein schöner Nachmittag, warm, mit einer erfrischenden Brise unter einem wolkenlosen blauen Himmel. An einem so angenehmen Tag erschien selbst der klotzige Bau des Altenpflegeheims weniger abweisend und deprimierend als zuvor. Martha ignorierte die Anmeldeliste am Empfang und sparte sich die Mühe irgendeinen der Angestellten, denen sie begegnete, mit einem Lächeln zu grüßen. Sie trat in den klapprigen Fahrstuhl und fuhr zum ersten Stock. Wie bei ihrem ersten Besuch stand die Tür zur Wohnung offen. Sie klopfte einfach nur an und ging hinein. Detective O'Hara und seine Frau saßen Seite an Seite auf dem Sofa. Das Bett des alten Cops stand unverändert in der Mitte des Raums, der Rollstuhl der alten Frau in Reichweite neben ihr. Constance erschrak und geriet, als sie merkte, dass es Martha war, sogar ein bisschen in Panik. Detective, brachte sie heise heraus, wir haben nicht mit ihrem Besuch gerechnet. Ich denke vielleicht doch, erwiderte Martha sanft, wenn nicht heute, dann früher oder später. Die alte Frau wurde ein wenig blass. Sie platzte mit einer entwaffneten Wahrheit heraus. Bitte, ich will nicht ganz allein sein. Dann hielt sie den Mund. Loyalität, erkannte Martha einmal wieder, entschuldigt vieles. Martha sah den alten Detective an, ein ebenso gerissener Experte darin, Verbrechen zu vertuschen, wie sie aufzuklären. Tessa, sagte O'Hara und lächelte. Martha ging auf die beiden alten Leute zu und kniete sich vor ihnen hin. Nein, sagte sie langsam und eindringlich. Ich bin nicht Tessa. Tessa, wiederholte O'Hara. Wie beim ersten Mal berührte er ihre Wange. Martha atmete einmal tief durch. Ich weiß nicht, ob sie mich verstehen können oder nicht, aber eines möchte ich ihnen in jedem Fall sagen. Wir haben sie gefunden. Tessa lebt. Sie ist schön, sie ist glücklich, oder zumindest so glücklich, wie man es sein kann, nach allem, was sie durchgemacht hat. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass sie Ärztin geworden ist und damit in die Fußstapfen ihre Adoptivtante tritt. Sie hat hat die Chance, etwas aus ihrem Leben zu machen und alles spricht dafür, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Ohara und seine Frau hingen Martha bei jedem Wort an den Lippen. Nach einer Weile lehnte sich der alte Detektiv ein wenig zurück und blickte zur Decke, als sei eine schwere Last von ihm abgefallen, die er seinem schwindenden Gedächtnis zum Trotz mit sich herumgetragen hatte. Martha sah das Zittern um seine Mundwinkel sowie die Tränen und den Schimmer von Verständnis in seinen Augen. Er ergriff Constance Hand und Martha sah, dass er sie festdrückte. Der alte Detektiv richtete sich auf, saß plötzlich kerzengerade da und streichelte seiner Frau den Arm. Und als rufe er sich in einem einzigen Kraftakt all die Momente in O'Hara dann Martha beide Hände entgegen, die Handgelenke aneinander gelegt, so wie es jemand tun würde, um sich Handschellen anlegen zu lassen. Tessa, sagte er im entschlossenen Ton des Mannes, der er früher einmal gewesen war. Martha schüttelte den Kopf. Sie wusste, es gab viele Unwägbarkeiten. Sie wusste nicht einmal, ob Gabe durchkommen würde und wenn ja, ob selbst sich verändert hatte. Doch eines steht fest, dachte Martha beim Anblick des alten Mannes auf dem Sofa, wahrscheinlich hättest du eine weitere Tapferkeitsmedaille verdient, eine wie diejenige, die du schon an der Wand hängen hast, denn du bist der einzige Mensch, der die Wahrheit sagen wollte. Und am besten hängen wir gleich noch eine Urkunde der Vergebung dazu. Sie lächelte O'Hara an. Sie versuchte sich vorzustellen, wie viele Geständnisse er sich im Laufe seiner Dienstzeit angehört hatte. Es mussten Hunderte sein, alle vergessen. Das Einzige, das sein Gedächtnis festgehalten hatte, war sein eigenes. Wieder streckte er ihr die Handgelenke entgegen, als dränge er sie, ihre Pflicht zu tun und Gerechtigkeit walten zu lassen und ihm doch Unrecht zu tun. Derselbe unauflösbare, doch inzwischen allzu vertraute sagte sie freundlich. Nicht nötig. Es ist vorbei. Die verschwundene Tessa ist jetzt die wiedergefundene Tessa. Sie sah den alten Detektiv an, nahm seine Hände und legte sie ihm sacht wieder in den Schoß. Was auch immer er in der Vergangenheit getan hatte, es war nicht an ihr, ihn dafür weiter in Haft zu nehmen. Dasselbe, dachte Martha, galt wohl auch für eine Reihe andere Menschen, nicht zuletzt sie selbst. Das war John Katzenbach, die Grausamen, aus dem Englischen von Anke und Eberhard Kreuzer, gelesen von Uwe Teschner.